Nicht nur Räuber und Diebe sind heute auf Ganoventour, sondern auch Channing Tatum und sein Hund. Und noch ein paar Pornofilme im amerikanischen Hinterland. Dort befinden sich auch 20 Leute, die oben an einem Auto rumstehen. Und wir haben noch den größten Fußball aller Zeiten. Ja, und noch ein bisschen mehr. Viel Spaß bei Kino Plus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kino Plus. Heute mit Antje, ich häng an meinem Mikrofon fest, und mit Matthias, hallo, herzlich willkommen. Ja, und mit unseren endgültig neuen oder eigentlichen Sofas. Das sind jetzt unsere neuen Sitzgelegenheiten. Die anderen wurden jetzt wieder zurückgegeben. Sie waren ja nur geliehen oder als Ersatz gedacht oder Austausch gedacht. Und das sind jetzt die finalen Couches. Schön. So, darüber hinaus ist auch der Stein im Intro wieder. Ich müsste uns jetzt nicht mehr darauf hinweisen. Wir haben es auch bemerkt. Und dementsprechend, das haben wir auch ausgebessert. Und würde ich jetzt noch irgendwas, muss ich noch irgendwas erwähnen? Nee, glaube ich nicht. Du hast erstmal die Grundlagen gesetzt. Die Grundlagen sind gesetzt auf die obligatorischen, nee, auf die weiteren Programmpunkte. Komme ich noch später zu sprechen, beziehungsweise auf eine Ankündigung. Die muss ich auf jeden Fall nicht, die darf ich nicht vergessen. Die betrifft nächste Woche. Da müsst ihr mich bitte dran erinnern. Okay. Aber das soll jetzt erstmal nicht Thema sein, denn wir wollen jetzt über Filme reden. Und zwar über die, die ihr zuletzt gesehen habt, Antje. Antje, du warst im, Entschuldigung, ich musste es, du warst im Kino. Ja. Und hast dir den Film angeguckt, den sie nicht der Presse gezeigt haben. Jawohl. Aber an dem ich schon ein gewisses Interesse habe, beziehungsweise an dem ich inzwischen kein großes Interesse mehr habe. Also ich hatte ein gewisses Interesse an diesem Film, aber du hast es und noch ein paar andere Leute haben es mir eigentlich echt gut begründet auch genommen. Ja, ich habe Firestarter gesehen. Und der hat ja zum Beispiel schon mal Zac Efron, weshalb ich sehr optimistisch in diesen Film gegangen bin. Ich fand den Trailer auch jetzt nicht so extrem schlimm. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Der hat mir jetzt nicht wirklich Neugier auf den Film gemacht, aber auch mich nicht wirklich abgeschreckt. Und ja gut, dann war es das auch schon mit Dingen, die ich erwartet habe. Und dann geht der halt los und etabliert halt sehr, sehr schnell einfach diese Familie. Wir haben halt Zac Efron, den Schauspielerinnen-Name, weiß ich gerade nicht, der Dame, die die Mutter spielt. Und dann eben diese Tochter. Wir erfahren so ein bisschen was von den Experimenten, die an den beiden gemacht wurden, die sie dann auf die Tochter, wodurch sie halt dann übernatürliche Kräfte bekommen haben, die sie auf die Tochter übertragen haben und so weiter. Und dann geht das irgendwie sehr, sehr schnell, dass die Konstellation schrumpft, die Familienkonstellation. Und dann haben wir irgendwie Logan auf Ursch bestellt, so ein bisschen. Vater und Tochter reisen durch die Welt beziehungsweise durch irgendwie das amerikanische Hinterland, fliehen vor Wissenschaftlern, die sich die Kräfte der Tochter zu eigen machen wollen. Und dann, wenn es spannend wird, ist es auf jeden Fall schon vorbei. Also ich habe das lange nicht mehr erlebt. Ich musste so ein bisschen an den Resident-Evil-Film denken, der halt einfach null filmisch ist. Also ich dachte, gut, wenn das jetzt eine Pilot-Episode für eine Serie wäre, die würde mir jetzt nicht Bock machen auf die weitere Serie. Aber die hat so eine Dramaturgie. Der Film geht schon auf irgendwas hin, aber das, was er dann einlöst, das beschränkt sich auf die letzten fünf Minuten. Und dann denkst du, okay, und jetzt erzählt ihr mir wahrscheinlich nicht die Geschichte, die ihr die ganze Zeit anteasert. Aber nein, das, was sich die ganze Zeit wie teasern angefühlt hat, das war eure Geschichte, die keine ist. Also der Film hat einfach keinen dramaturgischen Bogen und ist halt wirklich so komplett einheitlich. Und da ist nichts spannend dran, da ist nichts reizvoll dran. Der ist wahnsinnig hässlich gefilmt. Da ist die ganze Zeit so ein gelb-matschiger Filter drauf. Und das ist auch alles wirklich nicht gut gespielt. Ich hab auch gehört, dass die Kleene gerade sehr ... Also gerade die, aber auch die anderen, also auch Zac Efron, den ich ja wirklich als Schauspieler schätze. Also wenn man den in diesem ... Wo er den Serienkiller spielt beispielsweise. Ach so, Shockingly Evil and Wild. Genau, dieser mit dem wahnsinnig langen Titel. Der kann ja richtig spielen so. Und dann sieht man das und denkt, waren das jetzt nur die ersten Takes, die ihr da ... Hattet ihr keine Möglichkeit? Wart ihr unter Zeitdruck oder so? Also da war ja ursprünglich mal Fatih Akin für. Der war ja schon im Projekt. Und deshalb, das war auch so mit der Hauptgrund, weshalb ich dachte, dann kann's ja nicht so schlecht sein. Andererseits, wenn Fatih Akin dann wieder abgesprungen ist, und es ist halt ... Es waren diese üblichen kreativen Differenzen, was ja alles heißen kann. Also das hat ja gar nichts auszusagen. Gut, könnte man vielleicht jetzt auslegen, von wegen, die kleine spielt schlecht. Ja, oder das ganze ... Gib mir bitte eine neue. Ja, oder das ganze Projekt halt eben. Und ich find das dahingehend schade, weil der Regisseur hat diesen The Vigil Totenwache gemacht. Oh, ja, der ist das ja. Und den fand ich jetzt auch nicht wahnsinnig kreativ. Aber der hat schon so ein bisschen Gespür gehabt für Atmosphäre. Auf jeden Fall. Der hatte zwischenzeitlich, hatte der echt ein paar schöne unheimliche Momente. Genau, und das hat Firestarter gar nicht. Und dann denk ich mir halt manchmal, wenn du schon so einen Horrorfilm von der Stange machst, der auch noch von Blumhouse produziert ist, die ich ja jetzt schon immer mal wieder in Schutz nehme, aber ich weiß halt schon, dass die auch viel, viel Müll produziert haben. Und denk ich mir, wenn's schon Blumhouse ist, dann platzier doch wenigstens regelmäßig Jumpscares, dass man wach bleibt. Aber auch das nicht. Also das ist dann immer noch plump und billig, aber dann denk ich mir, dann habt ihr wenigstens für die Leute, die so ein bisschen Adrenalin-Junkie sind, oder die Adrenalin-Junkies unter den Horrorfilmen, dann habt ihr wenigstens die so ein bisschen abgeholt. Aber der Film hat einfach nichts, gar nichts. Das ist der Hammer. Also ich hab, das ist, wie gesagt, wie bei Resident Evil. Da konnte ich's aber darauf zurückführen, dass die versucht haben, mehrere Spiele in einem zu verfilmen. Und da war wenig auf ... Zwei. Ja, stimmt, zwei. Wenig auf Story, sondern hauptsächlich auf Fanservice. Und hier, wie gesagt, da hab ich den Begriff Nicht-Film so ein bisschen gewählt, weil ... Also das ist der Hammer. Wie gesagt, du fängst zehn Minuten, fängt der Film an, und dann kommt einfach gar nichts mehr. Und das ist schon ein sehr spektakuläres Scheitern. Aber ich hab auch so den Eindruck gehabt, vielleicht auch leicht durch den Weggang von Fatih Akin haben sie dann zwischendurch ... Vielleicht hatten sie schon Sachen gedreht. Aber ich hab extra bis zum Schluss gewartet, Fatih Akin taucht gar nicht in den Credits auf. Das ist ja manchmal noch so, wenn ein Regisseur eine Zeit lang beim Projekt war. Aber der hat offenbar so wenig Impact gehabt, dass er gar nicht mehr auftaucht. Auch nicht bei den Danksagungen und nix. Also, oder weiß ich nicht, dann sind sie ja manchmal Executive ... Aber gar nichts, also ... Kennst du entweder das Buch oder die erste Verfilmung? Nee, kenn ich nicht. Ich weiß nur, dass die erste Verfilmung kam ja einige Zeit lang nach Carrie. Und soll ja ... Es gibt ja ... Hat er nicht irgendwie ... Hab ich grade erst gelesen, dass das so in seiner Wahrnehmung so halb zusammengehört? Also Carrie und Firestarter und noch ein Dritter, wo es halt um Kinder mit übernatürlichen Fähigkeiten geht. Ich weiß den Dritten grade nicht. Aber ich hatte so das Gefühl, Firestarter war immer der Film, der im Schatten von Carrie existierte. Der war viele Jahre vorher. Aber Carrie hat halt so einen ... Also hat die Leute ja damals wirklich mit Wucht erwischt. Und dann kam halt so viele Jahre später Firestarter, wo ich mich damals schon gefragt hab, oder jetzt so rückwirkend, warum haben die den so spät gebracht, wenn ja Carrie so gut ankam? Also der Carrie-Hype war ja schon abgeflaut. Und ich glaube, zwischen ... Meine von 84 ist ... Ja, ja, aber Carrie war so gesehen auch eines seiner ersten Bücher. Das war sein, meine erste ... Beziehungsweise der große erste Erfolg. Und Firestarter musste vielleicht erst noch geschrieben werden. Ja. Aber es war ja ... Kann da nicht laufen Stephen-King-Filme raus? Genau, und da kamen eine Menge Stephen-King-Filme um den Zeitraum oder in dem Zeitraum raus. Wenn ich das jetzt so zumindest aus der deutschen Perspektive betrachte, ich geh in die Videothek und ich seh halt diese ganzen Stephen-King-Filme. Und ja, Carrie war der Film, der halt auch schon mal im Fernsehen lief. So, den konntest du schon irgendwie erhaschen, sag ich mal, per Videorekorder oder halt, weil du wach bleiben durftest. Und dann so was wie Feuerkind, ja, das hab ich mir aus der Videothek ausgeliehen, weil ich auch das Buch gelesen hatte. Das Buch ist weltmäßig dick, ja, muss ich sagen. Genau wie ... Obwohl geht. Aber genau wie Christine auch echt schon ein guter Wälzer, zumindest als Taschenbuch. Und da war nie so wirklich der Gruselhorror drin, meiner Ansicht nach. Ich hab auch gehört, das Buch soll viel reduzierter sein in seiner Geschichte und sich wirklich nur auf so diese Figuren-Konstellationen und relativ wenig Setting konzentriert. Ja, ja, genau. Und ihr müsst euch halt vorstellen, meine erste Assoziation jetzt mit Firestarter war Logan, was ja komplett weggeht von einem Kammerspiel, wenn man mal ehrlich ist. Naja, aber die reisen auch schon durch die Gegend. Okay. Also die sind schon auf der Flucht vor diesen Regierungsbeamten oder beziehungsweise vor den Leuten, die sie halt zu dem gemacht haben, was sie sind. Mhm. Ja. Im Film war das dann auch eher der Roadtrip von Vater und Tochter. Genau. Die halt gespielt wurde von Drew Barrymore. Meiner Ansicht nach da schon ganz gut zeigen konnte. Also ich mein, das war halt mit E.T. Wollte ich grade fangen. Das war nach? Ich mein, das war nach E.T. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Also Zahlen sind so eh mein Ding. Aber ich mein, das war nach E.T. und die macht das schon ganz gut. Aber, und du hast auch George C. Scott als großen Antagonisten, der halt Jagd auf die macht. Aber der Film an sich war auch relativ unspektakulär. Mhm. Ja. Gerade was diese Pyro-Effekte und so angeht, das war ja alles damals noch nicht so wirklich. Und selbst da denkt man, das ist jetzt so viele Jahrzehnte her, wenigstens bei den Pyro-Effekten, könnt ihr doch jetzt auf ganz andere Sachen zurückgreifen. Und auch da, also ich hatte das Gefühl, es gibt irgendwie zwei, drei Szenen, wo wirklich Feuer stattfindet in der Art, wie sie das halt, wie sie andere Sachen zum Brennen bringt. Und dachte ich mir auch, vielleicht hat das den Grund, weil ihr nicht so richtig, vielleicht das Budget nicht hattet oder ihr keine Lust hattet, was weiß ich denn. Und es gibt eine Angewohnheit von Zac Efron in dem Film. Vielleicht kannst du sagen, ob das auch so ein Ding ist seiner Figur. Aber immer bevor er irgendetwas macht, knackt er, oh, oh, knackt er einmal so mit den, so und so. Also, Was macht er fünf, sechs Mal im Film, bis es irgendwann lächerlich ist? Also es war fast so ein Scary-Movie-Moment. Anhand des Buches würde ich das nicht mehr wissen. Ich weiß noch, im Film kriegt er die ganze Zeit Nasenbluten. Das kriegt er, glaube ich, ein oder zweimal. Einmal blutet er aus den Augen. Ja, also das war aber auch tatsächlich im Vorgängerfilm. Aber ans Buch kann ich mich auch fast kaum noch erinnern. Das ist sehr, sehr lange her, dass ich das als... Also ich würde auch sagen, meine Stephen-King-Phase ist echt, echt vorbei. Also irgendwie, ich habe eine Zeit lang viel gelesen und so und dann auch mal irgendwie gedacht, okay, guckst du dir die ganzen Filme an. Aber die meisten Stephen-King-Filme sind halt leider echt nicht so gut. Er hat so ein paar Leuchtturm-Dinger. Aber das ist ja echt ironisch, dass du sagst, deine Stephen-King-Phase ist vorbei, weil wir ja eigentlich im Kino und im Streaming-Dienst gerade so eine Stephen-King-Phase haben eigentlich. Also das habe ich auch so ein bisschen den Eindruck, vielleicht hat man das, also natürlich hat man auch deshalb jetzt noch mal Feuerkind verfilmt, weil gerade alles verfilmt wird von ihm noch mal gefühlt. Aber selbst wenn du einen Film daneben setzt wie Friedhof der Kuscheltiere. Der schon auch nicht geil war. Der war, nee eben, der war nicht geil. Aber der funktionierte, finde ich, als eine, ja schon adäquate Verfilmung für ein heutiges Publikum. Wenn du das Original kennst, dann hat der gar keinen emotionalen Impact mehr. Aber wenn jemand Friedhof der Kuscheltiere von 2019, 18 als erstes guckt, so ein Heranwachsender, der sich gerade mit Horror beschäftigt, dann gibt es viel, viel schlechtere Filme, mit denen du dir als erstes angucken kannst. Er funktioniert halt null nur für Leute, er funktioniert halt nur null für Leute, die den Film schon gesehen haben, weil er gar nichts Neues erzählt. Aber wie gesagt, also wenn du jemandem einen Firestarter zeigst, der guckt nie wieder einen Horrorfilm. Oder nie, wobei es ist ja noch niemand Horrorfilm. Der guckt nie wieder einen Stephen King-Film. Ja, und der macht einen Weitbogen um Stephen King, ja. Ja, genau. Also da war ich echt, das ist das Schlechteste, was ich seit langem gesehen habe. Okay, ja gut, ich hab jetzt auch keine großen Erwartungen mehr, beziehungsweise keine großen Löte, das Ding so schnell wie möglich zu sehen. Matthias, was ging bei dir? Ich wollte eigentlich sagen, dass ich Doctor Strange zuletzt geguckt habe, weil ich endlich im Kino. Aber dann hab ich noch mal meine Liste nachgeschaut und festgestellt, dass ich danach in der Tat noch I Care a lot gesehen habe. Hm. Den ich auch extrem schlecht fand. Richtig kacke. Nee, ich hab vielleicht noch was ganz anderes erwartet, aber alter Schwede, da könnte ich jetzt wahrscheinlich genauso lange abrenten. Also ich fand, der fängt noch so an und so versucht er ja irgendwie seine Geschichte halbwegs ernsthaft zu erzählen. So dieses, oh, guck dir das System an, wie dieses System kaputt ist und wie die anderen Leute ausgenommen werden und ja, und wie ich bereichere mich daran. Und ich dachte, okay, jetzt wird so ein schönes Character-Piece daraus. Sie bereichert sich daran und wir sehen, wie sie daran zerbricht und vielleicht diesen einen Fall hat. Und dann kommt da diese Gangster-Nummer raus mit vollkommen überzeichneten Charakteren und so viel Bullshit. Also ich fand die alle unangenehm. Es hat mir echt null Spaß gemacht und ich hab mir echt so nach einer Stunde gedacht, hoffentlich ist er gleich vorbei. Und es war also, nee. Nee. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Und ich weiß gar nicht, warum ich den auf dem Radar hatte. Irgendwo hatte ich gehört, ach, der soll ganz cool sein, seitdem habe ich irgendwie auch meine Liste bei Netflix. Und dann dachte ich so, ach, komm, jetzt irgendwann, ach, jetzt habe ich mal Zeit. Machst du den mal abends an? Und dann war der aber auch nur bereut, dass ich den angemacht habe. Aber Frau Peik? Was hast du, Frau Peik? Sie macht das gut, was sie machen soll, aber das, was sie machen soll, ist halt Schrott. Also diese Rolle fand ich, das ist so dieses, wenn du vollkommen komplett losgelöst bist, sie wird ja als nur krasse, toughe Frau dargestellt, aber sie bekommt ja auch gar nichts anderes. Also sie macht ja nur das. Und sie bleibt vollkommen drüber, bis es dann irgendwann sogar in so eine Delusion kippt. Also ich finde, sie ist dann irgendwann so vollkommen losgelöst von der Realität. Sie soll dann rübergebracht werden als die toughe Frau, die sich nicht von dem Gangsterboss einschüchtern lässt, aber kommt dann mit ihrer Rede da und am Ende machen sie dann ein Business zusammen, der Typ, der sie umbringen will. Und irgendwie war das nur so vollkommen hanebüchen, fand ich. Also das war so vollkommen daneben. Also sie spielt das gut, was sie spielen soll, aber sie kriegt ja nichts anderes als, du bist jetzt diese toughe Frau, die sich nichts erzählen lässt, die voll gegen Männer ist, das kriegst du jetzt bitte rüber, weil ihr eine starke Frau bist und das reicht. Das musst du jetzt machen. Und das zieht zwei Stunden lang durch. Ich fand ihn auch enttäuschend, aber weil ich halt, ich hatte sehr, sehr hohe Erwartungen, einfach aufgrund der Konstellation aus Rosamund Pike und der Story, aber du hast halt völlig recht, in dem Moment, wo es diese Gangstergeschichte wird, wird das ein ganz anderer Film. Allein diese Aktion, dass sie sie ins Auto hocken und in den See schmeißen, wo ich mir gedacht hab, was soll denn der Umstand? Knall die doch ab und dann entsorgst sie so. Das soll ja aussieht wie ein Unfall. Ja, warum? Das macht ja keinen Sinn. Warum? Für wen? Für wen soll es aussieht wie ein Unfall? Ja, aber sie hat da noch einen tollen Plan. Und dann kommt noch diese theatralische, was heißt theatralische, aber ach so dramatische Szene mit ihrer Freundin, die sie entführt haben, wo ich mir gedacht hab, soll ich jetzt Mitleid haben? Ja, das kommt ja noch dazu, der ist moralisch sehr ambivalent, aber nicht auf die gute Art. Ja, also ich war auch irritiert, was ich davon halten soll. Gerade das Ende. Gerade das Ende, das reißt den Film halt wirklich echt runter. Gut, soviel dazu. Gönnen wir uns doch was, aber Strange, warst du zufrieden? Strange war ich zufrieden, ja. Ist ein bisschen, ich hatte halt auch davor schon Everything Everywhere All At Once gesehen, der natürlich um Längen besser ist. Insofern ist Strange so ein bisschen meiner Meinung nach hinter seinen Möglichkeiten zurückgeblieben. So, also ein bisschen dafür, dass der Multiverse of Madness heißt, hätten sie da schon noch eine Schippe drauflegen können. Aber das, was sie gemacht haben, hat mir gefallen. Also Sam Raimi hast du durchgesehen, hat mir Spaß gemacht. Ich fand auch die, die Illuminati fand ich sehr gut, auch wie es dann mit ihnen weitergeht und so. Also ich hatte meinen Spaß. Ich hatte meinen Spaß. Hatte gute 7 von 10. Gute 7 von 10, das klingt doch gut. Ob das auch die nächste Marvel-Serie erreichen wird, werden wir jetzt anhand von Billig oder Willig klären. Jedes Mal. Ist immer wieder, ja. Immer wieder schön. Ja, She-Hulk, Attorney at Law, ist erschienen. Zumindest als Plakat und als erster Trailer. Was sagt ihr zum Plakat? Was sind das für Beine? Das sieht echt gut aus. She-Hulk? Hat die, also ich kenne die Figur nur vom Hörensagen. Hat die solche Beine, die halt aussehen, als wären sie dreimal zu lang für sie? Also sie ist auf jeden Fall größer. Sie ist halt so halb. Also sie ist aus Maße, aber nicht so breit. Das Ding ist halt, ich weiß jetzt nicht genau, auf welchen Comic-Run sie sich beziehen. Es ist die Cousine von Bruce Banner. Die braucht aufgrund eines Unfalls oder sowas braucht sie eine Bluttransfusion. Und das muss natürlich von einem naheliegenden Verwandten sein. Den nimmt man da, natürlich den grünen, den Verstrahlten. Und sie stellt halt fest, oh, sie hat jetzt plötzlich Banners Pähigkeiten. Beziehungsweise sie trägt jetzt Banners Bluch mit sich rum. Aber, aber, ähm, im Laufe dieser ganzen Figuren-Geschichte akzeptiert sie viel mehr als Banner das, was sie ist und bleibt dann halt auch in der Lage, die Kontrolle über ihren Geist zu bewahren. Also das heißt, sie ist halt einfach groß und grün, aber klar im Kopf beziehungsweise Herr ihrer Sinne. Also Endgame-Hulk. Genau. Also wie der, wie der Professor Hulk aus Endgame. Aber ist sie das dauerhaft dann? Also ist es egal, keine Frau? Wie gesagt, ich weiß nicht, was die Serie macht. in den Comics geht's immer mal, am Anfang ist sie noch das Wutmonster, ja, kriegt's aber halt dann in den Griff, akzeptiert ihr Dasein und ihr Aussehen und bleibt dann halt so eine amazonenhafte grüne Frau. Das ändert sich aber dann auch irgendwann später, weil ich hab gelesen, in den Comics kriegt sie dann teilweise auch PTSD und wird dann halt auch in ihrem Erscheinungsbild etwas monströser. Ja, ich weiß allerdings nicht, worauf sich diese Serie jetzt beziehen wird. Ich hab jetzt auch noch keinen She-Hulk-Comic an sich gelesen, ich hab halt Comics gelesen, wo sie auftaucht und da ist sie dann auch als, also sie ist schon in ihrer Hulk-Form auch vor Gericht als Anwältin und so ein Kram. Also insofern, sie ist da schon sehr souverän in ihrer Rolle unterwegs. Ist ja eine Frage, wo die Serie hingeht. In jungen Jahren, als ich die Comics mehr gelesen habe, da hab ich sie auch immer direkt kennengelernt als die Hulk-Person, die halt schon normal reden kann und wirklich auch geistig komplett klar ist und so und halt einfach nur stark und grün. Ja. Plakat, gut. Ist ein bisschen läppsch, ne? Ja. Oder? Ich mag das eigentlich, wie gesagt, außer dass mich diese extrem dürren, aber gleichzeitig wahnsinnig muskulösen Beine extrem irritieren, mag ich das eigentlich in seiner Reduzierung. Also sie ist ja offenbar attorney at law, sie ist offenbar Anwältin irgendwie. Ja, sie ist Anwältin, genau. Also warum eigentlich nicht? Ja. Nicht so auf die Zwölf, es ist jetzt kein... Könnte jetzt aber auch ein Ellie McBeal-Cover sein, oder? Mit Grün halt. Ja, mit Grünfilter, ja. Aber wenn man da, also ich meine, da waren jetzt die Serien ja noch nie so extrem, aber wenn man sich mal so, wie das Plakat von Multiverse of Madness daneben packt, wo halt einfach nur alle Figuren sehr schlecht gephotoshoppt zu sehen sind, das ist doch eigentlich ganz okay, es sticht hervor. Das stimmt, es ist anhand seiner Reduzierung auf jeden Fall eher hervorstechend als diese ganzen überbordeten schwieriges Wort. Ich meine, wir werden es ja auch nicht in der Stadt plakatiert sehen, das ist ja auch eher was, was man irgendwie online mal sieht oder so. Genau. Und den Trailer, habt ihr den schon gesehen? Nee, noch nicht. Wobei, warum eigentlich? Ich meine, ich habe überall Dark, nee, wie hieß er? Moonlight? Moonlight-Plakate gesehen in der Stadt. Ja, Moonlight habe ich auch gesehen, stimmt. Aber jetzt kommt ja auch erst mal Mrs. Marvel, ne? Stimmt, ja. Ich bin mal gespannt, ob, ähm, äh, Daredevil, ob sie da noch weiter reingehen. Ich meine, Anwalt in New York, wenn es da keine Kooperationen gibt. Stimmt eigentlich, ne? Die Dame ist aus Orphan Black, Tatjana Maslany, oder wie sie heißt. War das da Tim Roth? Ja, klar, Abomination, der kommt hier auf jeden Fall von. Deine Verwandlungen werden durch Wut und Angst ausgelöst. Als gäbe es eine Frau, die sich damit nicht bestens auskennt. Wow, du weißt schon, dass mich das verteilt, wenn ich mich nicht verwandle, ja? Ja! 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 Nein! Nein! Ich will nur eine ganz normale Anwältin sein. Können Sie uns sagen, wo Skihawk ist? Jen, du bist zur Story geworden. Süße, dein Hintern sieht echt irre aus. Erinnert mich tonal eher an Hawkeye. Du könntest ein Avenger sein. Ich bin keine Superheldin. Das mochte ich eigentlich. Das ist was für Milliardäre und Narzissten und Erwachsene weisen aus irgendeinem Grund. Ja! Oh, wie sieht denn Abomination aus? Haben sie ja jetzt ein bisschen mehr an die Comics angelehnt mit diesen Kiemen da. Naja gut, der Abomination aus dem Film sehen wir ja auch. Das war mein bestes Date seit langem. Oh! Teilen wir uns die Pommes? Gibt es die auch zum Mitnehmen? Ja, gut. Letzte hat es so ein bisschen, aber gut, ne. Ich muss sagen, ich teile ein bisschen die Meinung, die ich im Internet schon gelesen habe, sie sieht für mich aus wie Fiona Schreck. Och, so schlimm würde ich es gar nicht sagen. Also ein bisschen erinnert sie mich an Fiona Schreck. Ich meine, es macht grün, was soll ich sagen? Aber, ich weiß nicht, das CGI auch vom Hulk fand ich jetzt nicht so möglich. Aber ey, ich soll mal sagen, was, pfff, ein und kehr, guckt es euch an. Ich bin jetzt nicht so genau wie bei Miss Marvel, muss ich sagen, das sind so die Marvel-Serien jetzt gerade, wo ich mal sage, okay, weißt du, dann ist es nicht so mein Fall, kann ich auch mit leben. Also, habe ich jetzt kein Problem. Ja, wenn mal, ey, ich meine, das war doch beim MCU immer, es gibt immer ein bisschen Hit and Mist, da gibt es immer ein paar Filme, wo man sagt, so ist es jetzt nicht unbedingt meins oder so, gut, Komplettausfälle hast du jetzt nicht, deswegen, aber wenn es nicht unbedingt zündet. Ich glaube, ich muss mehr einfach damals wie in Comic-Heften oder Comic-Reihen denken, so. Fantastic Four, ah ja, okay, gibt's, ist nicht so mein Fall, ich lese lieber Hulk oder Spider-Man und, äh, ja, ey, ich könnte mir vorstellen, dass da ein paar charmante Gags dabei sind, ob das jetzt wirklich zum großen MCU beiträgt, also zu dieser großen Geschichte, die da immer noch existieren soll, weiß ich nicht, das ist ja, weiß ich nicht, vielleicht schafft es ja auch wie Moonlight einen gewissen autarken Zustand, so. Ich bin ja immer noch, das ist so das Ding und das habe ich ja auch nach Doctor Strange immer noch, ich frage mich die ganze Zeit, wo es denn hinführt. Du merkst die ganze Zeit, dass sie Sachen aufbauen und ganz viele Fässer aufmachen und neue Charaktere etablieren und auch in den Serien, aber so dieser Payoff, der halt so irgendwie, wo du gemerkt hast, es führt irgendwo hin oder es geht auf ein gemeinsames Thema, was du bis Endgame ja halt hattest, das haben sie halt immer noch nicht revealed, so, es ist immer noch nicht klar, wo es hingeht. So, klar, das Multiversum wird immer wieder und immer wieder erwähnt, aber du hast noch nicht, wo läuft's denn hier aus? So, bei Avengers, äh, bei den ersten drei Phasen hattest du bei Avengers spätestens Thanos und dann war klar, es geht um Thanos und die Infinity Stones und dann hast du die nächsten 20 Filme klar gehabt, da geht's hin. So, irgendwie in die Richtung, so, klar, so Ausläufer und so weiter und es muss nicht permanent darum gehen, aber zumindest so eine Richtung und jetzt hab ich gerade das Gefühl, in ganz vielen Filmen und Serien machen sie Themen auf, die sie aufmachen müssen, weil's da und da hingehen soll, aber ich, ich seh's immer noch nicht, wo's hin soll. Gerade Eternals war so viel Exposition für eine Story und ein Universum, was wahrscheinlich wichtiger wird für die zukünftigen Entwicklungen des MCU, aber bis jetzt ist es nur viel Exposition für nichts. Also sie haben viel etabliert. Man muss halt aufpassen, dass das nicht in eine Lost-Richtung geht, ne, wenn man irgendwann merkt, oh, da haben die sich aber verhoben und ich hab auch langsam so ein bisschen den Eindruck, weil, man muss ja sagen, die schiere Menge macht das ja jetzt kaum noch stemmbar. Aber das ist ja bei den Comics doch genau das Gleiche. Also du hast ja einfach eine Unmenge an Comics, an Special Runs, an Sonder Runs, an Extra Runs, an irgendwelchen. Aber dann musst du's so verkaufen, weil aktuell wird es so verkauft, auch unter dem, unter dem, oder im Hinblick darauf, dass ja die Serien mit dem MCU, mit dem Film-MCU auch connecten sollen. Aktuell wird es so verkauft, als wäre das alles eine riesengroße Geschichte. Ja. Ja, total. Also die Serien haben sie so, wundert mich auch immer mehr, wie sehr sie sich auf die Serien committen. Also das hast du bei jenem der Filme nach Endgame mitbekommen, dass da Anspielungen oder Storylines von den Serien krass drin sind. Ich meine, was ist mit, wie willst du Doctor Strange and the Multiverse of Madness wirklich genießen, wenn du WandaVision nicht gesehen hast und das nicht nachvollziehen kannst? Da wird's kurz erwähnt für fünf Minuten, aber ... Also du kannst den Film auch verstehen rein, also rein von verstehen, aber der hat ja relativ wenig emotionalen Impact dann, wenn du es nicht, wenn du es vorhin schien es ja ... Also es wurde ja mal anders kolportiert. Also Feige hat es ja mal anders gesagt. Ich meine, ich bin auch mittlerweile davon komplett ab, so dass das jetzt irgendwie nicht mehr aufeinander aufbaut oder dass es nichts miteinander zu tun hat. Da frage ich mich halt noch, wie She-Hulk irgendwie da jetzt reinpasst. Aber nur meine vorsichtige Vermutung, anhand jetzt der Tatsache, dass eine zweite Staffel Loki kommt und in Loki ja schon ein großer Bösewicht des Marvel-Universums ja auch schon angeteast worden ist, würde ich jetzt sagen, that's the way to go. Also ich glaube, Kang wird irgendwann der große Endboss sein. Aber bis es da hinkommt, glaube ich, dann müssen wir noch erst mal einiges gucken, was uns vielleicht auf Anhieb nicht unbedingt logisch erscheint. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass Corona und die diversen Umschichtungen für einige Probleme da gesorgt haben. Ja, dass du so ein Black Widow nicht zeigen konntest, wann ihn zeigen wolltest, dass ein Moon Knight vorgezogen worden ist oder dass ein Moon Knight nach hinten geschoben worden ist und dass, ja, bei Multiverse of Madness der Regisseur, der ursprüngliche Regisseur erst mal ausgestiegen ist, dann ersetzt wurde, aber ein Sam Raimi halt nichts mehr gegen alles, was in WandaVision passiert ist, irgendwie ausrichten konnte oder erst mal alles aufgreifen musste, was in WandaVision passiert ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das zu einigen oder eben zu dem Zustand geführt hat, den du jetzt halt gerade beschrieben hast. Ja, ja, aber, ja, ja, wahrscheinlich. Ich bin halt noch, also ich meine, was haben wir als nächstes angekündigt? Da kommen natürlich ein paar Filme. Ich bin auf Tor mega gespannt, so, es macht auch alles noch Spaß, so, es ist jetzt noch nicht so, dass ich irgendwie schwarz male. Aber so langsam wünschte ich mir mal halt einen neuen Avengers-Film, wo du mal wieder mal die Storylines zusammen hast. Die kommen mal wieder zusammen, so, wir etablieren mal wieder die Gruppe des MCU, so die neue, so ist klar, dass sie von den alten Avengers weg müssen, weil die ja verstrahlt sind. Ich meine, jetzt haben wir hier immerhin mal Hulk wieder gesehen, aber so Hawkeye ist raus, die sind ja alle überall weg. Damit du den Status Quo mal wieder nachbeziehen kannst. Genau. Wir kriegen doch jetzt bald noch Captain America 4 und, äh, Thor 4 und, also, Ant-Man. Ant-Man. Das ist, glaube ich, am Nach-Thor, ne? Ist das dann der nächste? Ant-Man kommt dann auch noch, da hast du doch ne gute Gruppe zusammen. Ja. Ja, wenn das die Gruppe ist, aber ich meine, wir haben ja jetzt auch die, äh, Eternals zum Beispiel. Die Eternals, die sind jetzt, wenn wir wieder im Weltall unterwegs, dann hast du natürlich die Guardians 3, kommt ja auch noch. Ja, die werden, glaube ich, nicht so groß auf die, oder? Ich weiß nicht, das letzte Mal, dass wir sie gesehen haben, sind sie mit Thor ins Weltall geflogen und Thor ist jetzt auch kein unbeschriebenes Land. Wird der in Thor 4 vorkommen? Ich geh mal davon aus, also, hängt das dann irgendwie zusammen? I don't know. So, und dann haben sie den weiblichen Hawkeye. Du hast so viele Nachfolger mittlerweile etabliert für die Avengers. Und im Trailer zu Thor Love and Thunder siehst du ja auch noch diesen, ist das, wie heißt der, Behemoth? Dieses Riesen, diesen Riesengott, den, den sie da, wo sie weiter davor stehen, weißt du, also ganz klein stehen sie davor und dann siehst du im Hintergrund dieses Riesenvieh, ja, das hat, tja, also ich meine, damit stoßen sie auch nochmal eine Gruppe von Gegnern auf, die bislang auch noch nicht vorgekommen sind. So, und das ist so, wir machen ganz viele Fässer auf, etablieren ganz viel und das ist auch alles cool etabliert so, aber wie viel davon ist wirklich relevant für das komplette MCU, wie viel ist es nur für die Serien, wie viel kann ich und so, da ist so, mir fehlt so ein bisschen gerade der MCU-Faden. Ja. Aber es macht alles so, es ist ja immer auf hohem Niveau, so. Lassen wir uns überraschen oder eben halt nicht? Das gleiche würde ich auch zum nächsten Film sagen, auf den habe ich jetzt tatsächlich ein bisschen Bock. Habt ihr das gesehen? Das ist Prey, glaube ich. Das ist Prey, genau. Und, ja, es gibt ein Spiel, das heißt, glaube ich, auch Prey, in dem es um wirklich eine ähnliche Geschichte geht. Eine Indianer, Ureinwohnerin, Entschuldigung, eine Ureinwohnerin muss sich einer, ja, monströsen Bedrohung stellen. Das ist das erste, also es gibt das Videospiel Prey mit den amerikanischen Ureinwohnern, dann gab's ein neues Prey, was im Weltall spielt, was ursprünglich aber auch als Sequel dazu gestartet ist, aber durch die Entwicklung und sonst was ganz woanders gelandet ist. Deswegen, das ist, glaube ich, mehr auf das ursprüngliche Spiel. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie sich gesagt haben, ey, komm, lass uns das originale Spiel verfilmen. Aber warte mal, das kennt ja keiner. Was machen wir denn da jetzt? Wie kriegen wir denn da die Aufmerksamkeit drauf? Naja, nehmen wir doch einfach den Typ mit den drei roten Punkten und ersetzen den durch das Vieh, was keiner kennt. Und ja, jetzt kommt Prey zu Hulu beziehungsweise Disney Plus. Und es gibt einen ersten Teaser. Okay. Habt ihr den, also ich find das Plakat, ich muss sagen, ich find's geil. Ich find's echt geil. Das erinnert mich total an das erste, war's das erste Plakat? Von Silent Hill? Ja, so ein bisschen. Die Stimmung erinnert mich total an Silent Hill. Ja, grau und neblig und so, ja. Aber ich muss sagen, also für mich hat's was, ich find's cool. Vor allem, weil's halt auch wieder, ja, eher reduziert ist. Du kannst dir den Großteil des Ganzen, denkst dir der drumherum, so, du lässt die Fantasie echt spielen. Ist jetzt aber noch die Frage, wie das wirken würde, wenn da jetzt halt noch Filmtitel und Schauspieler und so weiter draufstehen würden. Natürlich, natürlich. So losgelöst, blank, find ich's natürlich deutlich besser. Also so würde ich's mir in die Wohnung hängen. Ja, ich glaub mit Bam 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 Titel oder so nicht unbedingt. Aber lass uns mal den Teaser kurz reingucken. Finde ich schon nicht schlecht. Mhm. Ja, kann man schon mal, das ist halt wirklich nur ein Teaser, ne? Das ist nur kurz. Okay. Und jetzt noch das Knacken. Ich hab ein bisschen Bock, weil wenn das wirklich darum, wenn es sich wirklich nur darum dreht, dass da so zwei, drei Ureinwohner gegen das Vieh im Wald antreten sollen, ich hab irgendwie gelesen, es soll der allererste Predator sein, der jemals auf der Erde gelandet ist, Okay. Dann, ey, bitte. Bitte. Bin ich dabei. Hab ich richtig Lust drauf. Es sei denn, das Vieh sieht scheiße aus. Ja. Das ist ja, ich hab so ein bisschen vielleicht die Angst, dass sie es zu früh zeigen. Weil ich glaube, das macht mehr her, wenn man es eher so als Bedrohung wahrnimmt und erst ganz zum Schluss zum Pay-Off hin dann zeigt, was es wirklich ist. Ja. Ja. Andererseits weiß man, wie Predator Toren aussehen. Du weißt ja, wie die aussehen. Und ich sag mal, wenn sie den richtigen Zeitpunkt finden, um das Vieh zu präsentieren, bin ich damit fein. So. Aber man darf auch nicht zu lange drüber nachdenken. Ich mein, wenn der Predator dann, keine Ahnung, wie viele Jahre später, für Army-Leute mit Maschinen, Pistolen, auch immer noch eine totale Bedrohung ist, wie sollen dann zwei amerikanische Urwohner mit Pfeil und Bogen das gegen den Predator ausrichten? Das werden wir sehen. Ja, das werden wir sehen. Und wie hat Arnold Schwarzenegger das Vieh zur Strecke gebracht? Auch nicht mit der Hightech-Ausrüstung, sondern eben mit ganz archaischen Mitteln. Fair enough. Ja? Also deswegen, ich bin ein bisschen angefixt, muss ich ehrlich sagen. Ich hab die Hoffnung in dieses Franchise, Predator, aufgegeben, keine Frage. Ja. Aber wenn das jetzt mal wieder so ein bisschen back to the roots ist und irgendwie aufgreift oder verstanden hat, was das Original auszeichnet, abseits der Macho-Fantasie, dann, ja, dann wäre das halt schon echt mal wieder ein bisschen Balsam auf die meine geschundene Predator-Seele beziehungsweise auf das ganze Franchise. So, ja. Ja, ich bin gespannt. So. Aber es gibt ja noch mehr Reboots und Remakes und was weiß ich. Das erfahren wir jetzt anhand der News. All is back. Uns Uwe plant einen Film mit dem unbestechlichen Elliot Ness. Ohlala. Eine Bond-Frau wird zur Erotik-Ikone Emmanuelle. No, ma'am. Eine schrecklich nette Familie kehrt zurück. Nur eben anders. Ach komm. Das Reboot zu Die Liga der Außergewöhnlichen Gentlemen meldet sich zurück. Zukunftsmusik. David Cronenbergs Crimes of the Future hat einen Kinostart. Service-Tipp. The Day After erscheint jetzt erstmals in HD. Ja, nur eine ganz kleine Randnotiz. Wir hatten ja letzte Woche, war das? Ich hab schon wieder so viele, ich hab schon, ich komm durcheinander durch diese Voraufzeichnung. Letzte Woche hatten wir ein kleines Katastrophenspezial, ein Filmspezial mit Andi und Gregor und die hatten ja beide The Day After als einen ihrer Lieblings-Katastrophenfilme irgendwie mit aufgelistet oder einen Katastrophenfilme, die sie besonders gut finden. Und der erscheint jetzt erstmals in Deutschland auf Blu-Ray. Und das halt auch in sowohl der TV-Fassung als auch in der etwas verlängerten Kinofassung. Denn bei uns kam der hierzulande ins Kino und wurde aber halt ein bisschen verändert als oder im Gegensatz zu der TV-Fassung, die damals im Jahre 1984 oder 86 in Amerika gelaufen ist und da gut 80 Millionen Zuschauer erreichen konnte. Habt ihr von dem den schon mal gehört oder gesehen? Erst durch den Podcast. Weil ich dachte die ganze Zeit, ihr seid einfach zu faul, Tomorrow noch hinten ranzusetzen. Und dann hab ich irgendwann geraft, das scheint ein eigener Film zu sein. Ich war ganz traurig, dass du den Kosinski-Film No Way Out gar nicht gedroppt hast. Den hatte ich in der Liste. Ich meine, ich hab ihn auch einmal kurz gedroppt im Zuge von Feuerkatastrophen. Nee, eben nicht. Hast du eben nicht. Und da hab ich mich dann gewundert. Der lag so auf der Hand. Zumal du eigentlich auch noch am Anfang erwähnt hast, dass wir noch oder dass ihr noch auf Kosinski zu sprechen kommt. Ja, ja, ja. Und dann war das. Pass auf, ich hab das Dokument noch hier. Warte mal, warte mal. Ich hab das Dokument. Ich glaub es dir, ja. Weil wir haben den zusammen geguckt und waren beide sehr ergriffen. Genau, 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 genau. Und ich hatte den in meiner, ich hatte den in meiner Liste drin und ich wollte halt auf Feuer eingehen und bin dann halt irgendwie bei Backdraft hängen geblieben. Und ich glaub, dann haben wir sehr lange über Backdraft geredet und halt, ich hab dann halt nicht mehr No Way Out empfehlen können, aber denen oder beziehungsweise nicht mehr über No Way Out schwärmen können. Aber ja, den hier. Da ist meine Liste. Ja, da steht er. Da stand auch der Koloss von Rodos. Ich weiß gar nicht noch, den hast du erwähnt. Ja, aber No Way Out, das tut mir ein bisschen leid, den hätt ich gerne auch noch mal erwähnt. Hast du ja jetzt. Ja, den fand ich nämlich auch klasse. Guckt euch den an. Oh ja. Gerade noch mal, wenn ihr jetzt in Top Gun 2 gehen solltet, dann erst recht noch mal No Way Out gucken, weil der ist wieder mit dem gleichen Kameramann gedreht worden und der hat wieder auch diese echt, also der No Way Out hat halt schon diese Bilder, von denen jetzt auch Top Gun lebt. Ja, No Way Out ist irgendwie so eine Naturgewalt, auch als Film. Ja. Und das muss man auch Top Gun 2 zugutehalten. Man kommt da raus und hat das Gefühl, man hat grad wirklich was haptisches sich zerstören. Ja, ja, ja. Und Miles Teller hat sogar noch eine halbwegs gute Rolle. Ja. Was ihn wieder eine Parallele mit, ähm, was heißt halbwegs gute Rolle? Stimmt, der hat ja auch ein No Way Out mitgeschrieben. Genau, der hat auf jeden Fall da eine gute Rolle und demnach hat es auch wieder Parallelen zu Top Gun 2. 83. 1983 kam The Day After. Wie gesagt, kommt jetzt demnächst als Blu-ray raus mit Kinofassung und TV-Fassung und den werd ich mir auf jeden Fall ins Regal stellen. So, dann, ja, Crimes of the Future, der neue Film von David Cronenberg. der ja jetzt schon, bevor er überhaupt irgendwo gelaufen ist, also gerade auch in Cannes, ich bin gespannt, was die Leute in Cannes sagen, ähm, schon, ja, Furore macht beziehungsweise einen gewissen Hype generiert, weil die Festival-Leitung von Cannes den wohl schon gesehen hat und gesagt hat, oh, 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 die letzten 20 Minuten, da werden Leute entweder in Ohnmacht fallen, kotzen oder aus dem Kino rennen. Und das hat diesen Film jetzt wahrscheinlich schon wieder in irgendwelche Sphären steigen lassen, die er wahrscheinlich nicht erreicht, obwohl Cronenberg selbst auch meinte, naja, der Anfang und das Ende sind schon schwierig. Ich hab mir im Zuge von Crimes of the Future jetzt Crash geholt, ein Film, von dem ich noch nie etwas gehört habe und ich bin eigentlich relativ vertraut mit Cronenberg, aber Crash muss komplett an mir vorbeigegangen sein und den hab ich mir jetzt geholt, weil ich die Grundidee sehr, sehr spannend fand und da freu ich, ich glaub, ich brauch die richtige Laune, um mir den anzugucken, aber da freu ich mich drauf. Aber das ist doch so ein Trugschluss, oder? Ich hab letztens noch drüber geredet, über Gaspar Noé-Filme, wo ich dann immer sage, ja, da brauchst du mal die richtige Stimmung für. Die hast du aber eigentlich nie. Aber du bist nie in dieser Stimmung. Du musst irgendwann sagen, ich guck mir den jetzt an, egal wie die Stimmung ist, weil du wirst nie in die Stimmung kommen, dir so einen Film anzugucken. Obwohl, obwohl ich manchmal auch das Ding habe, wo ich sag, boah, jetzt, boah, heut bin ich aber echt nicht gut drauf. Dann erst recht. Dann geb ich's, dann geb ich's mir richtig. Also, dann hab ich, weil ich glaub, dann bist du auch wirklich empfänglich für all die Härte oder Schockierung, also die Schock, den Schock oder, 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 weiß ich nicht, den Schmerz oder die Emotionalität bei solchen Filmen so, ja. Also, manchmal, wie gesagt, wenn ich erst recht mies drauf bin, dann kommt auch erst recht miese Filme. Vor allem, wenn du mal gut gelaunt bist, dann willst du, die gute Laune doch nicht gleich für einen Film wieder hergeben. Ja. Stell dir vor, die Laune macht der Film erst kaputt. Ja, eben. Ja, richtig. Deswegen, wenn du gut gelaunt bist, willst du dir nicht kaputt machen. Wenn du schlecht gelaunt bist, willst du aber eigentlich eher was gucken, was dich aufheißt und wie er gut gelaunt macht. Nicht, was dich noch mehr runterzieht. Wo land ich denn dann? Ja. Das ist so. Deswegen, ich komm da nie so hin. Deswegen musst du ein gefestigter Charakter sein. Ist aber auch so. Um sich auf Gaspar-Noé-Filme einzulassen. Aber seit wann steht denn der Kinostart fest? Weil ich, du musst ja in dich reingegrinst haben, als ich dir gestern geschickt habe, der hat einen deutschen Verleih. Offenbar steht ja sogar schon der Kinostart fest. Ja, 3. November 2022. Oh, das dauert. Dauert leider noch. Von Weltkino. Ja, ja, Weltkino. Genau. Und ja, ich hab Bock. Also ich hab, ich hab Bock. Und ich freu mich, dass er hier kommt. Die Frage ist halt, wird er ungeschnitten kommen? Wird er in einer anderen Fassung kommen? Und gerade Weltkino hat er ja schon den einen oder anderen Film jetzt auch im Portfolio, der nicht unbedingt harmlos war. Weltkino, welcher denn? Weil ich denke, ich hätte gedacht, vielleicht schnappt sich Capelight den. Ja, das wär auch ne Idee, aber ich glaub, das ist dann doch ein bisschen Arthouse oder zu sehr Arthouse für Capelight. Obwohl, das soll jetzt nicht, bitte, liebe Leute von Capelight, das soll jetzt nicht irgendwie unfreundlich klingen oder so. Aber ich find, der ist bei Weltkino, glaub ich, schon so vom Gesamtautput ganz gut ausgehoben. Aber wo wir grade bei Capelight sind, ich gebe ausnahmsweise mal eine Podcast-Empfehlung ab, auch an euch beiden, in dem Filmstaats-Podcast war neulich ein Herr von Capelight zu Gast und hat anhand von The Sadness erklärt, wie die das mit der FSK gemacht haben. Marco? Ich meine, nee, den Namen kannte ich nämlich nicht und Marco kennen wir ja eigentlich von der Kommunikation und der war sehr, sehr, also ich hab durch diesen Podcast jetzt gemerkt, oder er hat das sehr transparent gemacht plötzlich, wie die FSK-Entscheidung abläuft und wie man auch einen Spruch einlegt und so und deshalb mal eine Podcast-Empfehlung von mir. Ich kenn die ganzen Prozessen nur durch die USK, da hab ich mich mal ein bisschen durchgehört und so weiter, ein paar Podcasts gehört bei FSK, das bin ich mal gespannt. Warte mal, ah, nee, okay, ich dachte noch, Prozessor war Kino-Star. An den musste ich nämlich auch grade denken. Ja. Weil der hat ja auch so ein bisschen, der hat ja auch so Ewigkeiten hin und her, der wurde ja auch Ewigkeiten hin und her geschoben, irgendwie bis da mal alles gepasst hat. Deshalb überlege ich gerade, was Weltkino denn zuletzt so an harter Kost hatte. Ich könnte gleich mal gucken. Aber der hatte keine FSK-Problematik, der ist auch einfach schon, hab ich gestern herausgefunden, der ist von 2014. It Follows ist von 2014. Das ist eine Zeit lang her. Ja, darauf wollte ich hinaus. Ja, wir sind alt. So, alle Filme, was sagen sie denn hier? Komm jetzt. Das interessiert einfach gar keinen da draußen, aber mich. Also sie hatten The Card Counter. Ja. Pleasure. Ah, okay, Argument. Ähm, was noch, was noch? Seance. Obwohl, Seance war jetzt auch nicht Der hat auch Spaß gemacht. Ja. Der Rausch könnte vielleicht auch ein bisschen Probleme bereitet haben. Ja. Nee, En fond terrible. Ja, und Pleasure ist, glaube ich, ein ganz gutes, ein ganz gutes Argument. Und der Trailer zu dem ist ja, uhu. Ich glaube, da könnte ich. Ich weiß nicht, was hat ein Midsommar eigentlich für eine, weil der ist auch bei Weltkino erschienen. Was hat ein Midsommar für eine FSK-Fragegau? 16. Midsommar 16? Mhm. Ach, naja. Na ja, kann man, kann man. Von dem Felsen redet ihr, glaube ich, gerade, ne? Ja, nicht nur Felsen, auch die Sexszene. Das ist ja schon. Da sind schon so ein paar explizite Sachen. aber das ist doch keiner. Und auch der, auch der Spoiler, bitte. Auch der, der aufgehängte Typ, weißt du, den sie da in diesem Stall, sag ich mal, an irgendwelchen Fleischfetzen aufhängen. Na gut, aber du hast auch, das hast du aber auch in Schweigen der Lämmer, ne? Das gleiche Motiv. Ich sag nur, also, ne? Das könnte auch locker eine 18-Krieg. Also, ich sag mal so, es gab Zeiten, da hätte das auch eine 18-Krieg. Das wollte ich gerade sagen. Wo haben wir denn neulich, ach ja, über den Ex, über den reden wir ja noch. Genau, über den reden wir noch. So, aber vorher müssen wir über was anderes reden. Oder? Oder wolltest du noch was zu ... Nö, 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 passt schon. Hast du Bock auf den Crimes of the Future? Ja, prozentlich schon. Leute, die sich live Organe entfernen lassen? Ja, ja, mal gucken. Also, solche Filme guck ich mir, wenn dann aber auch im Kino an. Weil dann hab ich mir ne Karte gekauft und dann geh ich da auch rein und dann guck ich mir da auch ganz gut an. Aber so nachholen tue ich selten. Deswegen. Aufgrund, das hab ich jetzt gesehen, der lässt sich ja die Organe entfernen, weil die Menschheit inzwischen eine neue Evolutionsstufe erreicht hat, wo halt Organe noch viel schneller nachwachsen beziehungsweise zusätzliche Organe wachsen, die man, glaub ich, gar nicht braucht. Ja, also der Mensch hat sich ... Dann hat das doch aber eigentlich gar ... Also dann ist das doch gar nicht mehr so schockierend, wenn der sich was abschneidet, was er eh nicht braucht. Es kommt wahrscheinlich auch darauf an, wie es aussieht. Und darauf an, oder ich denk mal ja auch, er macht es ja vor Publikum. Also es gibt Leute, die bezahlen, um das sehen zu wollen. Warum auch immer. Naja, wir gehen ins Kino, um uns Leute anzugucken, die sich das angucken. Ja, das ... Aber ... Werden wir jetzt entlarven? Verdammt. Das ist mal wieder so ein Film. Nach Sadness. Aber Cronenberg hat für mich einige der wirklich schmerzhaftesten Filmerfahrungen überhaupt hervorgebracht. Also es fängt an bei Existenz, den ich mal in der Schule geguckt habe. In, ich glaub, Philosophie, wo es immerhin thematisch hinpasst, muss man sagen. Das stimmt. Und diese Szenen mit dem am Rücken und alles, was so mit dem Rücken und so zu tun hat, das find ich sehr, sehr unangenehm aufgrund medizinischer Erfahrungen. Und das kann ich mir ... Die Hände hinter meinen Rücken nehmen. Es ist sehr unangenehm. Ja. Ja, oder halt auch History of Violence, der war auch nicht ohne. Und dann halt in Eastern Promises, der Kampf in diesem Dampfbad. In diesem Dampfbad, ja. Oh, der war auch echt. Das sah schon übel aus und hat echt Schmerzen bereitet. Aber dafür kennen wir ja unseren guten David. Und jetzt auch seinen Brandon. Und auch seinen Brandon, genau. Sind wir gespannt, was von beiden jetzt als nächstes zu sehen sein wird. Der ist auch schon echt alt, ne, David Cronenberg. Mhm. Finde ich aber geil. Ich hoffe, der kriegt da was Geiles hin. Übrigens auch Lea Seydoux dabei. Sie spielt die Freundin von Viggo Mortensen, der sich halt operieren lässt. Und Lea Seydoux spielt jetzt demnächst auch Emanuel. Fand ich überraschend. Also nicht unbedingt, dass es ein Reboot oder ein Remake von Emanuel gibt. Ja, das waren jetzt halt einfach auch Kinder ihrer Zeit. Um es mal so zu sagen. Aber nichtsdestotrotz haben die ja einen gewissen Ruf, beziehungsweise haben die ja einen gewissen ... Ich will jetzt nicht ... Oh, ich will dieses Wort nicht benutzen. Das Wort mit K. Ihr wisst es. Ja? Ja. ULT. Achso. Okay. Ja. Ich dachte, jetzt kommt irgendwas Schweinisches. Bei Emanuel ist das jetzt nicht so weit hergeholt. Ja, aber mit K fällt mir da nichts ein. Ja, eben. Deshalb dachte ich auch, in welchen Szenen seid ihr denn jetzt gerade? Also ich hatte kein bestimmtes Wort im Kopf. Ich dachte nur ... Nee, nee. Ich mein einfach nur, dass es halt schon eine gewisse Fangemeinde gibt, dass dieser Film eine gewisse Reputation hat. Dass er eine gewisse Legende hat, sagen wir es mal so, an der auch einige Leute interessiert sind, beziehungsweise von denen es auch einige Fans gibt. Oder zu der es auch einige Fans gibt. Ja, wobei da, glaube ich, auch nie viel nachgekommen ist. Also es ist jetzt nicht so, dass man da heute noch viel drüber redet, oder? Also viel nachgekommen. Es gab, glaube ich, sechs oder sieben Teile, ne? Ja, ja, aber wann kam der letzte? Boah, das weiß ich nicht. Ja, eben. Also das ist ja schon alles eine Weile her. Es ist ausgedümpelt, weil es ja irgendwann auch in den ganz einfachen Soft-Sex-Filmbereich abgedriftet ist, so. Hatte die Reihe mal eine Handlung? Naja, sie reist um die Welt und hat erotische Fantasien oder Abenteuer mit irgendwelchen Männern. Ja, weil das Einzige, was ich mit der Reihe irgendwie ... Ich hab nie einen Teil davon gesehen, aber das Einzige, was ich damit in Verbindung bringe, ist halt einfach nur so ein Soft-Core-Sex-Gedöns. Und dass man so was jetzt Remake, finde ich, irgendwie ... Ja, vor allem, und jetzt kommt ja das Spannende, vor allem mit Lea Seydoux. Und in 3D. Ja, weiß ich nicht, aber wäre vielleicht eine Option. Die Dame, die das macht, ähm, spricht eigentlich dafür, dass das nicht in die gleiche Richtung geht wie diese doch skandalösen 70er-Jahre-Filmchen. Aber mich hat wirklich die Wahl, oder beziehungsweise dass Lea Seydoux die Rolle ergriffen hat, überrascht, weil die ja durch Blau ist eine warme Farbe, diese legendäre oder berühmte oder berüchtigte Sexszene ja gehabt hat und da ja nicht wirklich gut von berichtet hat und keine guten Erfahrungen einfach eben mit einer solchen expliziten Sexszene hat. Und mich hat dann echt überrascht, dass sie jetzt in einem Film mitspielen will, der halt vor allem dafür bekannt ist, dass es da explizite Sexszene gibt. Das ist halt die Frage, für welches Publikum oder wie explizit der Film dann wirklich wird. Vielleicht wollen sie ja Emanuel jetzt rebooten und wir machen das jetzt, wir bringen es jetzt auf die Erwachsenenschiene und wollen da wirklich die Charaktere etablieren und es soll halt weg von seinem Schmuddel-Image und dann ist es gar nicht mehr so krass explizit. Also, die Regisseurin, Audrey Divan, äh, es klingt zumindest dafür, die hat jetzt vor einiger Zeit einen Film gemacht, der heißt Das Ereignis. Das war irgendwie ein Abtreibungsdrama, das wohl zu früheren Zeiten spielt. Ja, und da gar nicht so ein Thema gewesen wäre, beziehungsweise halt bewiesen hat, dass das Thema da immer noch relevant heute ist, so. Und ich denk mal schon, dass die halt jetzt nicht auf irgendwie ein wildes Rumgerödel da irgendwie setzt, sondern halt schon, ja, irgendwas damit machen möchte mit dem Thema. Find ich auch gut, also sollen sie ja mal probieren. Ich war halt, wie gesagt, überrascht, dass Frau Seydoux sich nach ihren schlechten Erfahrungen mit Blau ist eine wahre Farbe auf so eine Rolle einlässt. Aber wahrscheinlich muss das Drehbuch dann entsprechend sein. Waren das nicht eher schlechte Erfahrungen aufgrund des Regisseurs und weniger aufgrund der Szene? Naja, gut, aber das hängt mit der Szene zusammen. Jaja, klar, aber wenn dich da eine Regisseurin oder ein Regisseur betreut, der da Acht gibt auf die Leute, mit denen da gearbeitet wird. Ich hätte jetzt gedacht, dass es vielleicht die Regisseurin von Porträt einer jungen Frau in Flammen macht. Das hätte irgendwie auch gepasst. Frau Skiammer? Ja, genau, in meiner Wahrnehmung. Ja, ey, wär auch ein passender Name gewesen. Ja, also ich geh mal davon aus, dieser Film wird deutlich feministischer beziehungsweise deutlich kritischer im Umgang mit eben der ganzen Emanuel-Thema. Ja, muss ja. Und das könnte meiner Ansicht nach gut funktionieren. Wie eine schrecklich nette Familie heutzutage funktionieren soll, weiß ich nicht wirklich, ja. Tatsächlich sind aber Ed O'Neill, Katie Siegel, Christina Applegate und David Faustino sind wieder mit am Start. Ach, okay. Ja, die sind alle mit dabei. David Faustino soll wohl auch schon früher versucht haben, einen Remake oder einen Reboot davon auf die Beine zu bringen in Form von Bud. Also der Sohn kehrt halt ins Elternhaus zurück, während die Eltern wohl irgendwann mal im Lotto gewonnen haben und jetzt in Las Vegas leben. Und er muss jetzt halt mit seiner Frau, mit seinem besten Kumpel und irgendwelchen anderen Leuten noch in dem Haus leben. Und das hätte halt einfach eine Neuauflage sein sollen. Aber es soll noch eine Serie werden. Das soll eine Serie werden, ja. Und das Ding ist, aber noch hat keiner zugesagt. Und ja, die sind dabei, aber das Ding ist, nicht als Schauspieler, sondern wahrscheinlich nur als Stimmen. Weil das Ganze soll eine Animationsserie werden. Von unter anderem dem Produzenten Alex Carter, der für Family Guy zuständig war oder ist. Ja, okay. Aber dann, also wenn es eine Animationsserie, dann kann ich es mir wieder vorstellen, dass es rauskommt. So als Live-Action mit den Leuten glaube ich ja nicht, wenn sie die Stimmen leihen und dann wieder das draus machen. Aber irgendwie hab ich vom Gefühl her reiht sich das dann eher so einen in ganzen Animationsserien für Erwachsene, die seit ein paar Jahren irgendwie immer wieder aufploppen und irgendwie versuchen, die Rick-and-Morty-Welle auch so was mitzureiten. Und ich fand, also es gibt so viele bei Netflix, wo ich irgendwie vielleicht mal die Pilot-Folge angeguckt habe, die alle nicht so ... Paradise PD? Hab ich, glaub ich, nicht gesehen. Guck mal rein. Das war so, ja gut. Also deswegen bei so vielen, wo ich so geguckt habe, ich weiß, wie heißt noch mal diese eine, mit dem Hormon-Monster? Und so, nee, Growing Old? Keine Ahnung, ich weiß grad nicht mehr. So eine Netflix-Serie. Ja, immer wieder so welche, wo du, ähm, die so edgy sein wollen und wir bringen jetzt Erwachsenenhumor, aber wir machen's als Cartoon. Dann kann uns keiner böse sein. Das ist für Erwachsene. Ha, ha, ha. Und wenn du die schrecklich nette Familie dann so bringst, dann kann ich mir vorstellen, dass es rauskommt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich sonderlich gut wird. Aber, hey. Wenn die alle dabei sind. Wenn die alle dabei sind, hast du schon mal ein Pro-Argument. Es gibt wohl jetzt gerade Interesse von Peacock, Hulu, Fox und ja, Hulu, dann Disney halt so gesehen. Ja. Was draus wird, werden wir sehen. Bisher hat sich, wie gesagt, noch keiner zu bereit erklärt, das Ding jetzt zu nehmen. Und, äh, ob's wirklich funktioniert, ob's noch funktionieren kann. Vieles, was Ed, El Bandi da früher von sich gegeben hat. Ja, nee. Ich weiß nicht, ob das heute auch als Zeichentrick-Version irgendwie so gern gesehen wird. Nee, die versuchen sich dann halt genau mit so ... Wir machen's ja nur als Zeichentrick, deswegen ist das ja nicht ernst gemeint. Man kann's ja sagen, ja, das ist nur Comic. Und da ist dann, come on. Also, das ist so ein easy way out für so viele Sachen. Schrecklich nette Familie, kannst du einfach nicht mehr bringen. Weißt du, Rocky IV hat schon gesagt, der ist nur easy way out. Ja. Na, ey, du, ich bin gespannt. Hast du eine Verbindung? Es gibt nichts, was mich weniger interessiert. Ja? Hattest du's mal gesehen? Nein, überhaupt nicht. Das ist doch halt auch so eine Studio-Sitcom einfach mit Love Track und so weiter. Nee, da mach ich einen riesigen Bogen drum, um alles in diese Richtung. Kann ich nicht leiden. Jetzt generell ... Generell. Generell. Also, die einzige Serie, die ich damit ausgehalten habe, war IT Crowd. Weil die hat auch ... Das ist, glaub ich, keine Studioproduktion, aber die hat auch einen Love Track. Aber es ist wirklich das Einzige. Mich ... Ich kann das nicht. Ich find das super unangenehm. Also, ich muss sagen, bis auf El Bandi war ich auch nie ein Fan davon. Also, und ich hab ... Ja, Alf und so, ne? Als kleiner Junge hat man ja viel gesehen, wo Love Track mit dabei war. Und natürlich jetzt bei ... Ich hab auch Folgen von How I Met Your Mother und von Big Bang Theory und was weiß ich gesehen so. Oder Two and a Half Men und keine Ahnung. Aber ich muss sagen, mich reizt das auch null. Also, bei El Bandi fand ich das immer in Ordnung, weil die hatten diese schönen Prolligen. Oh, ho, ho, ho. Die dann auch immer noch irgendwie so auf gewisse Gags anders reagiert haben so. Aber das war ... Oder wie hieß der? Heimwerker König, Tool Time. Tool Time. Hör mal, wenn er hämmert. Hör mal, wenn er hämmert, genau. Also, ja, alles mal alles geguckt. Auch hier und da immer mal wieder Spaß gehabt so. Aber wenn du mich fragst, immer ohne. Aber deshalb mag ich ja Modern Family so gerne. Weil das könnte man locker auch vor einem Studio mit Love Track machen und haben sie nicht. Und das find ich viel, viel schöner. Ja, aber die Zeit des Love Tracks ist ja auch vorbei. Also, wird so was noch produziert? Gibt's gerade noch wirklich Sitcoms mit Love Track? Ist Big Bang Theory nicht eine davon? Solange es ProSieben gibt, müssen sie weiter produzieren. Gut, aber Big Bang Theory läuft halt auch immer noch. Aber wie lange gibt's das jetzt schon? Ich weiß nicht. Ich hab leider in ... Weil's mich halt auch wirklich nicht interessiert. Aber How I Met Your Father, machen sie das da auch? Das soll doch ... Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich glaub, das soll ja doch ein bisschen anders werden. Aber ich ... Ja, also, ich kann mir auch vorstellen, dass es anders wird. Ich mein, Prinz of Bel-Air ist ja auch anders geworden. Na gut, bei WandaVision haben sie's gemacht. Aber da war's ja Teil der Welt. Und damit hören sie auch irgendwann dann auf. Ja, ja. Genau. Die ersten Folgen von WandaVision waren wirklich hart für mich. Ja, aber es war ... Ja, sind wir mal gespannt, ob die Serie überhaupt ein Abnehmen findet. Und, äh, ja. Genauso gespannt dürfen wir drauf sein, ob die Liga der außerwöhnlichen Gentlemen noch mal zurückkehrt. Ich muss ja sagen, ich hab meinen Frieden mit diesem Film inzwischen gemacht. Ich guck den ja inzwischen ganz gerne. Weil er halt auch, weil ich, ja, weil er halt aus einer Zeit kommt, wo man halt gedacht hat, ja, man kommt damit durch. Aber hast du die Comics gelesen? Ähm, nicht wirklich. Ich hab in die Comics mal reingelesen und, ey, ich weiß, die sind was ganz anderes. Ja. Und selbst ohne die Comics gekannt zu haben, fand ich den Film ja beim ersten Mal richtig scheiße. Ja. Ja. Aber der hat, also der hat halt so ganz starke Waldhelsing-Vibes und so dieses Blockbuster-Kino da aus den frühen Zeiten mit frühen CGI-Animationen und irgendwie, komm, wir schmeißen mal alles rein. Steven Sommers hat's uns vorgemacht mit Die Mumie. Es wird schon funktionieren. Und, ähm, na ja, es hat halt eigentlich nicht funktioniert. Ich fand den Film eigentlich echt furchtbar. Aber je öfter ich den dann noch mal gesehen hab, um mich irgendwie aufzuregen, wie furchtbar ich den finde, umso mehr hab ich's auch genossen, den irgendwie zu gucken, weil ich halt das irgendwann auch irgendwie spaßig finde, zu sehen, mit wie viel Karacho dieser Film in den Untergang steuert, so, ja. Das stimmt, das stimmt. Und dass das halt Sean Connerys letzter Film ist, das ist halt irgendwie so, ich, das ist immer so ein grundsätzlicher Nadelstich irgendwie. Ähm, aber ja, inzwischen kann ich damit leben, inzwischen genieße ich den als Trash. Ja, 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 gut, kann man sicherlich. Ich hab den damals das erste Mal gesehen, als der neu rauskam, und er hat mich auch so aufgeregt, ich fand den damals auch so schlimm. Dann hab ich die Comics gelesen auch, äh, und die Comics ... Dann wird's ja noch schlimmer. Ja, dann wird der Film halt noch schlimmer, weil die Comics so fantastisch sind, die sind, also, wirklich ne grandiose Comic-Reihe und auch so viel, so vielschichtig und so viel passiert und diese Serien, wie die sich aufbauen. Und mittlerweile die ganzen, ähm, was man alles gehört hat, wie Alan Moore zu seinen Verfilmungen steht und so weiter, und da ist dann so ... Ja gut, finden die alle scheiße. Ja, aber wenn du halt die Comics liest und weißt, was er davor hat und was da eigentlich in den Comics alles drin ist und dir dann diesen Film anguckst, dann weißt du auch, warum. Weil dieser Film so schrecklich ist. Aber deswegen, die Story an sich und das, was im Comic halt drin ist und so weiter, das ist eigentlich so geil und da kann man so viel Cooles draus machen und die machen da so was raus. Deswegen, ich, also, ich weiß nicht, ob ich ... Irgendwann werd ich ihn mir wahrscheinlich nochmal angucken, aber meinen Frieden mit dem schließen wird, glaub ich, sehr schwer. Aber insofern ein Reboot. Und wie stehst du denn zu dem Film? Ich hab den mal angefangen und, glaub ich, so nach 20 Minuten ausgemacht. Also, ist aber schon lange her. Also, wo ich noch dachte, dass das ein Film ist von denen, die man gesehen haben muss, weil das irgendeinen, weiß ich nicht, weil er irgendeinen wichtigen Status hat. Aber deine Vergleiche gerade mit Van Helsing und so haben wir alles revidiert in meinem Kopf. Aber, ich weiß nicht, ich hab ja auch so gewisse, so eine gewisse Sympathie zum Beispiel für die Drei-Muskel-Tiere-Verfilmung. Die dürfte das nicht auch ungefähr in dem Zeitraum gewesen sein? Ja, boah. Meinst du jetzt die Kiefer Sutherland? Nee, nee, die von unserem ... Von Anderson? Mhm. So gewisse Sympathien hab ich für den auch. Und irgendwie erinnert mich das so ein ... Ja, aber ... Aber auch in der Trash-Ebene. Aber ich sag mal so, wenn du, genau, wenn du Sympathien für den Drei-Muskel-Tier-Film von Paul W.S. Anderson aufbringen kannst, könntest du jetzt auch ... Gibt's bei Disney+. Wie gesagt, Trash-Sympathien. Ja, ja. Das ist kein guter Film. Nein, nein, nein. Aber wenn der läuft, kann man den auch mal laufen lassen. Kannst du den? Dann kannst du den vielleicht auch mal ... Aber wie gesagt, den hab ich halt ... Welchen ... Drei Muskel-Tiere. Äh, Anderson ... 2006, glaub ich. Ja. Kommt hin. Anderson ... Drei ... Aber da kam er, glaub ich, später. Oder ein bisschen später. Ich glaub, ein bisschen später. Nee, Anderson's Muskel-Tiere ist von 2011. Okay, ja. So spät? Bisschen spät. Ja, und jetzt guck ich noch mal die Liga. Na gut, dann ist die Liga älter. Ich frag mich halt nur, ob's Probleme geben wird, aufgrund der Lizenzen, dass da halt so viele verschiedene Charaktere drin sind. Vor allem, es gibt, was ich gelesen hab, im Forum hat jemand, äh, äh, Forumsmitglied ... Jetzt, jetzt, jetzt hab ich ein Problem. Wie sag ich das? Das, oh, das fällt mir so ein Geschick. Ja, ich weiß, mit den Pronomen ist halt schwierig, ne? Ich glaub, dann müsste Plural-Sie sein. Ja, Plural-Sie. Aber, ja, gefährliches Halbwissen auch. Ja, oh, ich, bitte, ich will nix falsch. Aber unsere Zuschauerin Ederhard, kann man das so sagen? Ich glaube. Ja, ich auch, was du ... Ähm, hat geschrieben, dass die neuen Runs von Die Liga der Außergewöhnlichen Gentlemen noch abstruser wird, denn da kämpft wohl Mary Poppins gegen Harry Potter. Es wird unfassbar. Und Harry Potter ist der Antichrist. Ja. Das klingt doch aber wieder geil. Ey, deswegen, die Storyline ist wirklich ... Der Film hat ja auch eine komplett andere Storyline. Der schmeißt mit Namen um sich. Aber der erste Comic ... Äh, es gibt quasi zwei Liga der Außergewöhnlichen Gentlemen-Comic-Reihen, wirklich. So, die heißen die Liga der Außergewöhnlichen Gentlemen 1 und 2. Die haben auch nichts miteinander zu tun, haben auch nichts mit dem Film zu tun. Die haben ... Es sind geile Storylines. Dann gab's so was wie ... Wie hieß es denn? The Dark Foliant oder so was, äh, wo er dann noch mal sehr in Theorie geht, auch viele Textblöcke da sind. Da war Alan Moore sich so ein bisschen ausgelebt. Und dann gab's die Century-Reihe mit 1909, 1969 und 2009. Und da ist dann noch mal sehr viel popkulturell. Da geht's dann um eine Truppe der Liga der Außergewöhnlichen Gentlemen, die auch wieder nichts mit denen zu tun hat, aus den vorherigen Comics, die so ein bisschen eine Einsatztruppe sind, die halt im Jahre 1969 und 2009 unterwegs sind. Und dann aber auch immer mit den popkulturellen Sachen derzeit halt immer draufkommen. Und dieser 2009 ist dann wirklich ... Da sind sie dann auf der Suche und dann irgendwann zu Harry Potter. Da sind so viele Kleinigkeiten versteckt, wo du dann ... Ähm, es gibt ein Panel, was ich immer wieder vorhabe von 2009, wo sie in London über die Straße gehen und dann hängen da Filmposter. Und dann hast du da einmal ein Poster von der Rockband von, äh, von Lost, wie heißt der? Also Dominic Monaghan spielt doch in der Band. Ja, 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 ja. Und die Band aus Lost hat dann ein Konzert in London. Oder es ist Aquaman mit Vincent Chase aus Entourage, ist da ein Filmplakat. Also die gehen da sehr viel, sehr viel Popkulturelles. Wird da einfach so nebenbei aufgebaut oder so, abstrusum geführt von Dingen, ja, ja, Harry Potter ist der Antichrist, genau. Deswegen, also das ist aber super smart und intelligent erzählt, ohne dass es irgendwie plump irgendwie nur so, ah, guck mal, hier ist Harry Potter der Antichrist. Deswegen ist richtig cool. Ich bin gespannt, ob das lizenztechnisch irgendwie Probleme bereiten wird und was sie da halt auch vor allem zusammenbringen werden. Für dich vielleicht noch interessant, Drehbuchautor der Neuverfilmung ist, äh, ein Mann namens, ah, wie heißt er? Justin Haith? Haithi? Haithi? Okay, was hat er gemacht? Was er gemacht hat? Zeiten des Aufruhrs. Mhm. Red Sparrow. Oh, ja. Snitch mit Dwayne Johnson. Mhm. Und jetzt Code. Der wirklich gut ist. Ich find, jedes Mal, wenn, einfach mal erwähnen, den kann man gut gucken. Snitch und Faster sind zwei unentdeckte oder beziehungsweise viel zu echt. Ja. Also man kann viel über Rockfilme schimpfen und so weiter, gerade über die Neueren. Aber Snitch und Faster sollte man sich beide angucken. Das sind zwei Rockfilme, die immer irgendwie so ein bisschen anders noch sind als die anderen beiden. Oder als der Rest so. Ja, meine Handlung. Und ja, A Cure for Wellness. Ah, ja, ich bin sofort dabei. Ja, ich wusste, ich kriege. Aber man muss ja sagen, ich glaube, A Cure for Wellness, das Faszinierende ist ja ganz an allererster Front, die Regiearbeit von ... Ja, ich wollte nur einen Anreiz geben. Ja, ich wollte nur einen Anreiz geben. Aber ich mag den Film ja wahnsinnig gerne. Aber ja, schauen wir mal. Ich wollte nur einen Anreiz geben. Sind wir gespannt, ob dieses Reboot überhaupt zustande kommt. Also ich verstehe jetzt aber, warum du Sorg hast wegen der Lizenzen. Ja. Ja. Aber wir haben ja jetzt heute noch ein Beispiel, wo ich auch überrascht war, dass da Lizenzen drin vorkommen, mit denen ich nicht gerechnet hätte. So. Und jetzt noch ganz schnell zum Schluss. Ja, Uwe Boll kündigt sein Regie-Comeback in Amerika an. Oder hat sein Regie-Comeback in Amerika angekündigt. Er möchte jetzt einen Film namens Ness drehen. Und in diesem dreht es sich, oder geht es um eben den Elliot Ness, die Hauptfigur aus die unbestechlichen The Untouchables gespielt von Kevin Costner. Okay. Und mit Sean Connery in eine Nebenrolle. So kommen wir von Sean Connery zu Uwe Boll. Ja, hat er angekündigt. Und darin soll es um den Cleveland-Torso-Mörderer geben. Das war wohl ein Serienmörder, der wirklich existiert hat. Und im Jahre, oder zwischen den Jahren 1935, 1938, mehrere Menschen umgebracht hat. Und dann halt auch ihre Gliedmaßen entfernt hat. Und dieser Fall wurde nie aufgelöst. Und Elliot Ness, der halt wirklich gegen Al Capone irgendwie zu Felde gezogen ist, hat nach seinem Krieg gegen Al Capone eine neue Stelle gehabt. Ähm, Direktor für öffentliche Sicherheit, also dem waren halt Polizei, Feuerwehr und so weiter unterstellt. Und der hat dann irgendwann in diesen Fall eingegriffen. Also es ist halt wirklich eine wahre Geschichte. Hat in den Fall eingegriffen und hat dann dafür gesorgt, dass unter anderem ein Obdachlosenquartier abgebrannt wurde, auf seinen Befehl hin, weil er halt den Mörder unter den Obdachlosenquartier hat. Ja, also ist noch mal spannend zu sehen, dass diese Figur sowohl noch mal anders erzählt wird und natürlich dann auch von Uwe Boll, aber gleichzeitig halt auch noch dieses Strahlemann-Image dann verliert, was eigentlich durch Untouchables auch... Also alles, was du erzählst, denke ich, ist ein spannendes Character-Piece, so der Fall von dem Helden, der dann Polizei und dann so und so was, aber nicht von Uwe Boll. Also, puh. Ja, sind wir gespannt. Hanau hat ja eigentlich auch kaum einer zur Notiz genommen, wurde auch weitestgehend verrissen. Und mal gucken, 25 Millionen Dollar soll das Ding kosten. Vielleicht kriegt der ja doch nochmal einen guten Film. Vielleicht. Ich hab aber auch nicht wirklich Hoffnung darauf. Ich glaube eher, das wird was Trashiges. Vielleicht geht's auch dann wieder in Horror-Richtungen, um zu zeigen, wie der Typ da sämtliche Gliedmaßen abtrennt oder so. Mal gucken, mal gucken. Aber ich glaube, euch interessiert das dann auch nicht so wirklich. Ich fand's nur interessant, dass er jetzt wieder sich berufen fühlt, doch wieder zu filmen, wo er doch eigentlich keinen Bock mehr hat. Gut. Und das waren die News. Ja. Gut. Dann machen wir noch weiter mit den, ja, Neustarts der Woche. Dann machen wir noch weiter mit den, ja, Neustarts der Woche. Dann machen wir noch weiter mit den, ja, Neustarts der Woche. Dann machen wir noch weiter mit den, ja, Neustarts der Woche. Ja, wir haben eben schon über eine Szene noch mal kurz lachen müssen. So, beginnen wir mit dem Kinostart, würde ich sagen, oder? Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, ein Film, den ihr beide nicht gesehen habt, wäre I Am Zlatan. Oder habt ihr den gesehen? Ist ein, ja, Fußballer-Biopic über den selbsternannten Größten aller Zeiten. Zlatan Ibrahimovic und konzentriert sich so ein bisschen mehr auf die Jugend von ihm, wie er als Migrantenjunge quasi in Malmö, einem Vorort von Oslo oder im Zirk von Oslo, wie er halt da groß geworden ist, sein Talent am Ball und für den Ball erkennt hat, dann halt tatsächlich immer weiter, sag ich mal, seine Technik verfeinert und halt auch von den entsprechenden Vereinen aufgeregistriert wird und so. Und, ja, aber da halt auch immer wieder Probleme kriegt mit eben seinem Ego, weil der junge Mann ist zum einen faul und zum anderen halt auch frech. So, ja, es ist schon ein kleiner Stinkstiefel, so. Und parallel dazu sehen wir seine Zeit bei Ajax Amsterdam, die nicht wirklich gut für ihn verlief. Ja, das ist so, da kam er nicht so wirklich rein, da war er beim ersten Trainer, war er irgendwie nicht, wurde nie wirklich eingesetzt. Dann kam Johann Kreuf, glaube ich, und hat ihn dann halt schon ein bisschen mehr eingesetzt. Und, äh, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte so ein bisschen kennt von Zlatan Ibrahimovic. Dieser Film basiert eben auf der Biografie, die auch I am Zlatan heißt. Und Zlatan Ibrahimovic, ähm, hat tatsächlich ein legendäres Tor geschossen für Ajax Amsterdam und ist danach direkt nach Italien gewechselt und hat einen dicken Vertrag gekriegt, so, ja. Und, ähm, also das war so, dass dieses Tor ist wirklich legendär, weil der da halt fünf, sechs Mann ausspielt und irgendwie sich da den Strafraum reintänselt und dann halt das Tor macht. Der Höhepunkt des Films, nehm ich an. Ähm, ja, jein. Es ist auf jeden Fall ein Höhepunkt, ja. Aber nicht der Alleinige, würd ich jetzt sagen. Okay. Ähm, ist aber auch, alles in allem, ein stinknormales Sportler-Biopic so, ne? Also ist jetzt nix Besonderes. Größter Kritikpunkt sind für mich tatsächlich die Schauspieler, die kriegen's nicht immer unbedingt alles so gut hin, obwohl ich finde, dass der grade dieser Zlatan, der Darsteller der Zlatan so in seiner Pubertät und in seiner, ähm, Anfangsphase darstellt. Also schon so ein bisschen älter als Teenager. Den fand ich ganz gut, weil der hat so ein richtiges ... Den siehst du an, der will dir halt irgendwie auch den Böller in den Garten schmeißen, so, weißt du? Also der hat schon Bock auf Scheiße bauen, so, ja. Und hat aber auch keinen Bock, sich irgendwas sagen zu lassen, stößt immer irgendwo an, eckt immer irgendwo an. Ja, warum, wieso, weshalb, muss ich sagen, hat der Film jetzt auch nicht so unbedingt ergründet, ja. Aber ich hab danach auch ein bisschen, noch mal so ein paar Interviews von ihm selbst, also von Ibrahimovic selbst gelesen. Und da gibt er auch offen zu, dass er faul war oder faul ist. Der brauchte immer irgendwie den Ansporn oder irgendeinen gewissen Ansporn. Zum Beispiel der Mitspieler fährt ne geilere Karre, Raphael van der Vaart ist ein Hurensohn oder der Trainer kann mich nicht leiden. Also der hat ja so ne legendäre Fede mit Raphael van der Vaart gehabt, deswegen sag ich das. Also der hat sich da so seine Motivation rausgenommen, um immer irgendwie andere fertig zu machen und zu dissen oder irgendwie andere alt aussehen zu lassen. Nicht unbedingt, weil er selbst erkannt hat, wie gut er eigentlich ist so, ja. Das kann ich anhand des Films alles ableiten, aber ob das genug ist für so ein Biopic? Also vom Trailer her sah er halt aus wie so ein Sportlerfilm, den man sich mal so sonntags, nachmittags ranguckt und dann hat er so ne übliche Kurve und dann hat er das große Sportfinale. Oh, das legendäre Tor, super, alles klar, er wird gefeiert. Was, er ist wirklich ein toller Fußballer, wer hätte damit rechnen können? Ja. Also es ist wirklich, es ist fahrplanmäßig, aber die Fußballspiele fand ich ganz interessant inszeniert. Die gehen auch mal mitten ins Spiel rein so, auch wenn jetzt diese großen Spiele schon deutlich erkennbar getrickst sind. Und ja, wie gesagt, dieser jugendliche Zlatan, den fand ich halt ganz gut und mich hat die Geschichte einfach interessiert, was sie da für Stationen aufgreifen, was irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche Ereignisse in seinem Leben waren, die es wert waren, erzählt zu werden anhand dieser Biografie und so. Also okay, aber wenn du es halt wirklich mit seinem fußballerischen Können vergleichst, weiter unten. Ja. Okay. Aber wer Fan von Zlatan ist, kann sich diesen Film auf jeden Fall schon mal anschauen. Fans greifen zu, alle anderen gucken. Genau. So, ein Film, der deutlich anstrengender ist und auch bei dem ich auch echt sehr viele gemischte Kritik gelesen habe, ist von einem deutschen Regisseur. Bastian Günther heißt der, glaube ich. Ja, Bastian Günther. Und er heißt One of These Days. Basiert auf einer wahren Geschichte, zu der es auch eine Dokumentation gibt. Diese Dokumentation heißt Hands on a Hard Buddy. Ist die erklärte Lieblingsdokumentation von Quentin Tarantino, die ich schon ein paar Mal darüber erzählt hat. Und ja, das beruht auf einem wahren Wettbewerb, wo irgendwo im tiefen amerikanischen Hinterland Leute um ein Auto stehen und dieses Auto berühren. Und ja, wer als Letzter dieses Auto berührt, hat gewonnen. Also sie müssen halt einfach da stehen und mit einer Hand mindestens das Auto berühren. Und stehen halt da. Dürfen alle paar Stunden gibt's ne Pinkelpause oder so ne kurze Ruhepause von 15 Minuten. Aber danach müssen sie sich wieder ans Auto stellen und müssen mindestens eine Hand auf dem Auto dran haben. Und wie gesagt, wer am längsten durchhält, dem gehört das Auto am Ende. Wie lange geht das dann so? Es ging bis zu 120 Stunden unter anderem. Nur so kurz? 120 Stunden? Ja, aber fürs Rumstehen und ein Auto anfassen, ich hätte gesagt, das geht über Tage und Wochen und Monaten. 120 Stunden? 24 Stunden sind ein Tag. Ach ja, stimmt. Okay, ja. Nicht 120 Minuten. Nein, nein, nein. Ja, okay. Aber wie viele Tage sind das? 120? Fünf. Aber trotzdem find ich das weh. Wie gesagt, ich hätte gedacht, es geht wirklich über Wochen oder Monate. Wenn's wirklich nur ums Festhalten geht. Naja, die stehen da halt auch in sengender Hitze. Ja, okay. Und kriegen auch nicht wirklich viel Schlaf. Die dürfen, ich glaub, maximal dürfen sie, glaub ich, ne Stunde pennen oder so. Ja, gut, das ist ein ... Ja, gut, ihr habt ... Ich kenn nur die Folge von Merkamenten drin, wo Merkums Mutter dabei mitmacht. Aber und genau aus dem ähnlichen Umfeld oder in genau diesem Umfeld wird halt dieser Film erzählt. Das sind halt genau die Leute, ne, die halt irgendwie ... Der eine, das sind so zwei so Beavis und Butthead-Jungs irgendwie, so zwei wirklich Trottel-Rednecks irgendwie, die einfach nur so ... Ja, wir machen das hier und dann kommen wir jetzt Drogen und blablabla. Also irgendwie, keine Ahnung. Die das ... Die halt auch wirklich aus ganz blöden Gründen zum Beispiel dann da Sachen anstellen. Und dann gibt's halt den jungen ... Ja, ich soll mal sagen, die Hauptfigur von Joe Cole gespielt. Das ist der Hauptdarsteller aus Prayer Before Dawn, dieser Knastfilm in Thailand. Äh, ja genau, dieser Film im thailischen Knast. Oder aus Gangs of London, da spielt er auch den Mafia-Sohn, so den Patensohn. Und der möchte das Auto halt gewinnen, weil er halt ne kleine junge Familie hat und für die will er halt sorgen. Und er braucht dieses Auto, weil sein Auto ist kaputt. Und dann ist noch ne bibeltreue irgendwie Rentnerin mit dabei, ne andere Rentnerin, ähm, irgendein Typ, der die ganze Zeit nur Musik hört. Und einer, der halt sagt, ich mach das hier rein professionell. So, ja. Und ja, und dann hast du da diesen zermürbenden Warteprozess, in dem halt da diese ganzen unterschiedlichen Charaktere um dieses Auto herumstehen und versuchen, sich zum einen irgendwie zu provozieren, zum anderen irgendwie bei Laune zu halten, dann auch mal hier und da wieder zu bewegen und irgendwie gute Stimmung zu verbreiten. Und das alles wird mit sehr, ja, mit sehr viel Ruhe und Konzentration erzählt. Parallel dazu geht es noch um die PR-Managerin des Autohauses, die halt eben für diesen Wettbewerb zuständig ist, beziehungsweise diesen Wettbewerb überhaupt erst ins Leben gerufen hat. Und ich muss sagen, der Film, ich fand den schon über eine gewisse Zeit lang echt faszinierend, weil ich find diese Ausgangssituation, die find ich spannend. Und diese vielen Charaktere, es ist ein Kammerspiel im Freien so gesehen, diese vielen Charaktere, die da aufeinandertreffen, der Film besitzt auch dann sowohl, ja, twistige Momente, wie auch surreale Momente, wo du nicht ganz einschätzen kannst, was die Leute da jetzt wirklich gerade machen, so, ja. Und er ist halt einfach ein fieses Zerrbild von eben diesen, wie sie ja auch oftmals genannt werden, Abgehängten oder eben halt des amerikanischen Kapitalismus, wie er da in all seiner Form exerziert wird und zu welchen Blüten er halt gewisse Menschen treibt, so. Das Problem ist, der Film geht zwei Stunden und ist eigentlich nach einer Stunde 40 vorbei. Und dann gibt's halt noch mal so 20 Minuten und ich versteh beim besten Willen nicht, was sich der Regisseur dabei gedacht hat. Die sollen, glaub ich, noch mal was erklären, die sollen noch mal was vertiefen, die sollen noch mal irgendwie irgendwas traurig machen oder noch mal irgendwie emotional verstärken. Aber sie sind meiner Ansicht nach völlig unnötig. Also wirklich völlig unnötig. Ja. Und das ist gut, also ich fand das schön gefilmt. Ich fand gut, dass der Film tatsächlich auch sehr ruhig ist. Also es wird nicht so sehr mit Musik unterlegt oder emotionalisiert. Und war auch in Ordnung gespielt. Also nimmst den Figuren das da alles ab. Gerade die PR-Managerin oder Beraterin von dem Autohaus so, die ja auch noch, sag ich mal, ihre eigene kleine Geschichte hat, die sich dann aber auch nicht so ganz da einfügt, die halt einfach nur ein weiterer Typus ist, der halt in diesen Landkreisen, sag ich mal, lebt. Aber ja, wenn der 1,40 gegangen wäre, hätte ich gesagt, gutes Ding. So schwierig. Es gibt eine Referenz auf den Film, wahrscheinlich dann auf die Doku. Ich weiß nicht, ob es eine Referenz sein soll, aber in der jüngsten, jüngst bei Netflix erschienenen Staffel von Brooklyn Nine-Nine, da gibt es den gleichen Fall in einem Babygeschäft mit einem Kinderwagen. Ach so. Also entweder ist es ja eigentlich eine charmante Idee. Vielleicht ist es wirklich eine Anspielung auf die Doku. Ich könnte mir vorstellen, dass es eine Anspielung auf die Doku ist, denn der Fall, diese wahre Geschichte, die eben dafür gesorgt hat, dass Bastian Günther diesen Film gemacht hat, die möchte ich jetzt hier nicht verraten. Darf ich eine Prognose abgeben? Ist der Typ, der das Auto gewonnen hat, danach mit dem Auto umgekommen? Ja gut, was soll ich jetzt, ich kann, was soll ich darauf antworten? Weißt du nicht, ich gebe diese Prognose offen. Genau. Und ich lass die einfach jetzt im Raum stehen. Ich hör sie in den Raum. Ja, ich lass die einfach im Raum stehen, wenn du möchtest. Wenn es nicht so ist, wäre das ein sehr, sehr, sehr zynisches Ende und das fände ich dann schon wieder gut. Nach der Aufzeichnung kann ich dir sagen, ob es so ist oder ob es nicht so ist. Okay. Ja, aber kann ich nur ganz, ganz vorsichtig empfehlen. Also ich weiß nicht, warum man sich diesen Film im Kino geben sollte. Und ich glaube, wenn man ihn sich zu Hause gibt, dann ist einem das vielleicht auch ein Tick zu langweilig. So. Schade. Aber ich mag die Ausgangssituation, ich mag, wie es in Szene gesetzt ist. Deswegen, was du so alles erzählst, das klingt voll spannend, was du da alles in diese Szenerie reinpacken kannst, was für Konflikte da sind, unterschiedliche Personen aus unterschiedlichen Gründen in so einem Wettbewerb ist auch immer sehr viel Potenzial für Geschichten dabei. Keine Ahnung, beim so erzählen kamen mir Erinnerungen an Todesmarsch von Stephen King. So dieses Durchhalten für irgendwas. Da ist natürlich die Fallhöhe natürlich wesentlich größer beim Buch. Aber das ist tatsächlich etwas, was Kollege Tino die ganze Zeit sagt. Dieser Film kommt für ihn der Atmosphäre und der Stimmung von Todesmarsch so nah wie kein anderer Film. Das ist schon geil. Also dann hab ich da schon grundsätzlich Bock drauf. Wenn du jetzt sagst, 100 Minuten ist vorbei und dann geht er halt noch weiter. Ja gut, schade. Ja, aber man könnte dem Film auf jeden Fall eine Chance geben. Okay. Ja gut. Gut, so. Ach komm, ich will den als letztes machen. Machen wir zuerst den Film. Den haben wir schon ein paar Mal hier angesprochen. Ich weiß auch gar nicht, wir haben den glaub ich auch schon, wir haben unsere Meinung dazu glaub ich auch hier schon abgegeben. Heute startet endlich, nachdem er schon ein, zwei Mal verschoben worden ist, X von Ty West. Ein Porno-Slasher. Ja. Produziert oder beziehungsweise rausgebracht über A24. Und hier geht's um eine Gruppe von Pornofilmern, die sich halt wirklich irgendwo aufs amerikanische Hinterland im Jahr 1979 begeben, um dort auf einer Farm eben einen Porno zu drehen. Den man sich übrigens bei Mubi anschauen kann. Also das ist die Vorlage zu diesem Film. The Farmers Daughters. Der ist jetzt bei Mubi erhältlich. Oder beziehungsweise ist grad bei Mubi erhältlich. Es gab noch kein Porno mit diesem Titel. Okay. Gut, ich wette, es gibt mehrere Variationen. Ja, In Farmers Daughters oder Two Farmers Daughters. Two Farmer, Two Daughters. Von Barnes. Das ist glaub ich was anderes. Ja genau, Two Farmer, Two Daughters, kann auch sein. Debbie does, The Farmers Daughter, was weiß ich. Ja, und diese Farm wird betrieben von zwei etwas älteren Herrschaften und plötzlich fängt das Morden an. Also was soll ich jetzt sagen? Also, ja. Wer Ty West kennt, sollte sich vielleicht nicht so überrascht fühlen. Wer Ty West noch nicht kennt, liebe Leute, dieser Film nimmt sich Zeit. Ja, er braucht eine gewisse Zeit, bis er dann wirklich mal zum Punkt kommt oder eben zum eigentlichen Thema kommt. Vorher ist es ein schönes Zeitporträt. Ja, ich hätt jetzt auch Zeitdokument gesagt. Ja, Zeitdokument, ein bisschen Plädoyer für freie Liebe. So, aber ja, warum das dann 55 Minuten lang sein muss, weiß ich nicht. Bevor die Action eigentlich losgeht. Aber es ist halt Ty West. Der versucht halt auch immer sehr viel Stimmung aufzugreifen. Und der Film hat eine Klammer, die es dann halt auch ein bisschen interessanter macht. Weil wir zu Beginn des Films schon etwas sehen, was halt erst im weiteren Verlauf des Films irgendwie geklärt wird. Und das macht schon einigen Spaß. Ich muss aber sagen, hier und da war es mir dann doch einfach, gerade wenn halt irgendwie der Slasher-Part losgeht, war es halt ein gut gemachter Slasher, aber auch nicht wirklich viel mehr. Ja, also ich hatte mich sehr auf den gefreut. Zum einen wegen Ty West und auch mal wieder wegen des vorab kreierten Hypes. Und langsam reicht mir das mit Horrorfilmen und Hypes. Also irgendwie tut das den Film von zehn Filmen, die ein Hype vorab kreieren, ist ein Film davon Hereditary. Und der Rest ist okay. Und wie gesagt, du hast es gerade schon gesagt, wer Ty West kennt, der weiß, der setzt viel auf Atmosphäre und lässt sich Zeit. Also wenn ich da an The Sacrament beispielsweise denke. Den ich mal besser finde. Ja, ich auch. Und das Lustige ist, im Nachgang dachte ich, ja, du wusstest doch, von wem der ist. Und das, was der macht, das schätzt du doch. Warum bist du denn jetzt von X so enttäuscht? Weil eigentlich ist er ja jetzt gar nicht so groß der Typ für irgendwelche Meta-Sachen und augenzwinkernden Sachen. Aber der Hype im Vorfeld hat das so ein bisschen suggeriert, dass jetzt hier so ... Das neue Ding. Das neue Ding. Und das ist es ja gar nicht. Und deshalb bin ich so ein bisschen zwiegespalten, weil einerseits gehst du in den Film rein und kriegst wirklich eine sehr schöne, sagen wir mal, aktuelle und trotzdem homagige Version von Filmen wie Texas Chainsaw Massacre präsentiert. Und auch wenn man das rückwirkend immer nicht so richtig wahrhaben will, auch ein Text, das lässt sich Zeit. Und so endlich mal ohne Augenzwinkern, ohne ironische Überhöhung, vielleicht so als einzigen neuen Aspekt so die Botschaft, die da teilweise drinsteckt. Aber jeder, auch früher hatten Slasher-Filme, oder viele, auch in Texas, war immer von was geprägt, immer von einem Thema, hat immer so zwischendrin so einzelne Botschaften gehabt. Und deshalb, wer sich wünscht, mal wieder einen Film dieser Kategorie zu sehen, ohne dass das ironisiert wird, oder ohne, dass das irgendwie, dass der eine Meta-Ebene hat, sofort rein. Aber wie gesagt, im Vorfeld dachte ich, da kommt jetzt aber eine Meta-Ebene. Und das ist jetzt eine neue Sichtweise auf das ganze Genre. Nee, ist es nicht. Es ist ein guter Genre-Vertreter. That's it. Der auch ein paar schöne Kills hat. Also die Kills sind saftig, sind auch handgemacht und halt sehen auch wirklich fies aus. Der hat eine FSK 16, deshalb, wir haben ja eben, der hatte eine 18 und nach Neuprüfung geht der jetzt ab 16 raus. Da haben wir ja schon drüber geschrieben. Du findest das gar nicht so verwunderlich. Ich bin eigentlich jemand, der sagt immer lieber eine FSK-Nummer drunter als drüber. Und selbst hier sage ich, wow, 16 ist sportlich. Das Problem ist, ich habe tatsächlich ein paar Kritikpunkte, aber die würden halt sehr arg ins Spoilerige eingehen. Es gibt hier, und das versuche ich so spoilerfrei wie möglich zu sagen, es gibt hier tatsächlich doch noch eine Sexszene, bei der habe ich nicht ganz verstanden, was sie mir vermitteln soll. Ja, weil entweder will sie mir meine eigenen Vorurteile irgendwie vorwerfen, dann denke ich mir, ja okay, aber warum packst du sie dann in ein solches Umfeld? Oder sie versucht ein Verständnis aufzubauen, dafür, dass das halt eigentlich ganz normal ist. Dann frage ich mich aber trotzdem, aber warum packst du sie dann in so ein Umfeld? Warum lässt du dann halt auch den einen aussehen wie ein Ork? Ja, der tatsächlich auch ein Ork bei der Herr der Ringe gespielt hat. Also, das sind so Sachen, da habe ich ihn nicht ganz verstanden in seiner Aussage. Ich finde es cool, wenn man halt sagt, also am Anfang gibt es so einen Monolog von einer der Pornodarstellerinnen, die halt sagt, ey, mir ist es doch egal, ich drehe Pornos, ich will irgendwie alles genießen, was ich irgendwie kann, solange ich jung bin. Und das sollte auch egal sein, ob es schwarz, weiß oder sonst irgendwas ist, braun. Und alles cool, ja. Sind für mich Szenen, die den Film halt ein bisschen aufblähen und irgendwie strecken und halt auch so ein bisschen rechtfertigen, dass der bei A24 ist. Aber finde ich legitim. Sie sind ja auch schön inszeniert. Es gibt so eine schöne Gitarrensong-Montage. Kein Thema. Ich finde schon den Anfang cool, wenn man erst denkt, das ist 4 zu 3, und dann geht da aber so raus, die Kamera aus so einer Scheune oder irgendwie so ein. Das finde ich schon schön. Ich glaube auch wichtig, dass er sagt, dass es halt nicht so diese Meta-Ebene hat. Weil ich habe den Trailer jetzt ein paar Mal gesehen, weil er im Kino lief. Und ich dachte halt so, okay, A24. Und dann haben sie auch im Trailer wieder diese, du kannst doch nicht den Film mitten im Film die Story ändern. Doch, vielleicht ja schon. So einen Satz hast du schon im Trailer. Und am Ende diese Polizisten, oh, was ist denn hier wohl drauf? Ah, ich glaube, ein ganz abgefuckter Film. Zwinker, zwinker, zwonki. Da dachte ich schon wieder so, okay, so eine Meta-Ebene hast du da wieder. Okay, wir machen wieder künstlerisch, wir nehmen den Filmdreh mit in das ganze Ebene und haben damit direkt einen Kommentar auf uns selber. Und da dachte ich schon so, boah, das könnte mal wieder anstrengend sein. Aber insofern, wenn es nicht drin ist, dann ... Ja, man kann in dem Film schon ein bisschen was deuten, will ich auch gar nicht abstreiten. Also, du konntest auch in Texas Chainsaw Massacre einiges reindeuten. Und deswegen, nicht umsonst hängt der im Museum of Modern Art. Aber ich gebe Antje vollkommen recht, der Hype, der da irgendwie mitkam, man hat wirklich gedacht, man kriegt jetzt noch mal was anderes. Aber nein, du kriegst eigentlich einen soliden, guten Thai-West-Film, der halt ein bisschen lang braucht. Aber das, ja, that's it. Also, man sollte nicht zu viel erwarten einfach von diesem Film. Aber immerhin muss man sagen, dass ... Und Sitzfleisch mit mir. Genau, immerhin muss man sagen, dass ich es sehr angenehm fand, dass die Killer, also, dass die sich mal so benehmen, wie sich solche Leute benehmen würden. Und die nicht plötzlich irgendwie zum Sprint ansetzen, obwohl sie schon gefühlte 90 Jahre alt sind. Also, das finde ich sehr, zumindest realistisch, wie es hier dargeboten wird, in Slasher-Logik, ne? Ja, 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 ja. Also, wie gesagt, in Slasher-Logik fand ich den auch in Ordnung. Ja, da hab ich jetzt auch in letzter Zeit auch ein paar Sachen gesehen, wo ich mich mehr in den Kopf greifen musste. Es gibt nur eine Szene, über die haben wir uns schon auch unterhalten, und die fandst du nämlich so hart, wo ich halt gesagt, die finde ich eigentlich nur dumm. Weil wenn ich durch zwei Löcher schaue, in die ich, durch die ich nichts sehe, warum schaue ich dann noch durchs dritte Loch, das direkt daneben ist? Also, ja, egal. Egal, egal, egal. Kann man auf jeden Fall machen. Kann man auf jeden Fall machen. So, und damit wären wir auf den Hund gekommen. Und bei dem Film, wo ich mich echt ein bisschen selbst hasse und ärgere, weil ich kann diesen Film eigentlich schon kritisieren. Ja, klar. Aber ich sitze trotzdem am Ende da und hab feuchte Augen. Wegen Channing Tatum, ne? Ja, wegen Channing Tatum. Natürlich wegen Channing Tatum. Channing Tatum spielt einen Soldaten außer Dienst. Er ist nicht mehr wirklich aktiv im Dienst. War bei den Rangers. Und möchte aber gern wieder zurück, was aber mit seinem Geisteszustand nicht so ganz im Einklang steht. Denn, wie wir am Anfang schon feststellen, es zeichnet sich ab, dass er auch unter PTSD leidet. Und, aber, um wieder in den Korps eingegliedert zu werden oder in seine Truppe, erhält er einen Auftrag. Er soll einen Hund zu einer Beerdigung bringen. Von diesem Stützpunkt, wo der Hund halt sich gerade befindet. 1500 Meilen, glaub ich, waren's, ja. Irgendwo mitten in die Wüste. Weil dieser Hund damals immer wieder mit dem Soldaten, der gestorben ist, gedient hat, beziehungsweise die halt zu einem Team gehört haben. Sowohl Channing Tatum als auch eben Lulu, der Hund, und halt Rodriguez, der gestorbene Soldat, und eben der andere Hund. Und, und ja, das führt die, das führt halt die beiden, also Channing Tatum und eben den Hund auf einen Roadtrip durch Amerika, wo beide ihre, sag ich mal, sehr angespannten Nerven irgendwie entspannen können. Oder? Ja. 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 Ey, es ist so ... Sag du mal was. Ähm, nö, mir hat der gefallen. Ich fand den, ähm, echt gut. Der ist kein Überflieger irgendwie. Ich mag Channing Tatum auch. Ich find, der spielt das so irgendwie mit so einer ... Der spielt das so ein bisschen so weg, hab ich das Gefühl. Also, ich hab nie das Gefühl, dass ich Channing Tatum krass anstrengen muss dabei. Aber er macht seine Sache halt auch gut. Er spielt da halt so eine altbewährte Rolle, sag ich mal. Irgendwie ist jetzt nicht, dass er sich groß verstellen muss. Also, diese Rolle hat er jetzt schon ein paar Mal gespielt. Deswegen. Also, insofern ist jetzt kein Überraschungstitel in irgendeiner Form. Drückt die Knöpfe, die man erwartet. Und macht das aber ganz gut. Ich fand aber grundsätzlich, dass es halt schon irgendwie, dass sie sich um Klischees schon ein bisschen rumdrücken. Also, es ist halt nicht so irgendwie so die krasse Tränen-Drüsen-Nummer oder so. Sondern es ist schon irgendwie ... Man könnte den auch sehr überemotional in Szene noch eine Schippe drauflegen und noch mehr Klischee und ach, das ist jetzt die dramatische Szene. Aber ich find grade das Verhältnis zwischen ihm und dem Hund ist schon nachvollziehbar und ist jetzt nicht so, oh mein Gott, auf einmal ist der Hund vollkommen geheilt und ist jetzt der Liebste von allen. Sondern du merkst wirklich einfach eine stetige Entwicklung, ohne dass jetzt irgendwie überromantisiert wird, was ein Hund auf einmal kann oder so. Also, es ist schon einfach ein realistischer Roadtrip in dem Sinne. Aber der Hund kann eine ganze Menge. Ja. Die Szene, die wir da im Trailer gesehen haben, wo er ihm die Wasserflasche weggeschnappt, ne? Da hab ich aber auch gedacht, ey, wie haben sie denn das hingekriegt so, ja? Also, zum einen, dass Channing Tatum halt nichts abkriegt und zum anderen, dass der Hund es halt irgendwie grade so punktgenau macht, ja? Also, es war wirklich beeindruckend. Also, die Tierdressur ist beeindruckend. Ich hoffe, dem Hund geht's gut. Sind ja drei. Ah, sind drei, okay. Mit dreien insgesamt gedreht. Okay. No animals were harmed in making this bitch. Ja, gut. Zumindest im Abspannen, aber ... Aber man muss ja auch so ... Ich weiß, wie hieß dieser Bailey von ein paar Jahren? Der war ja ordentlich in der Kritik, weil da ja irgendwie Hunde auch nur knapp dem Tode entkommen sind während der Dreharbeiten. Und hier muss man ja sagen, deshalb bin ich bei diesem Label auch immer ein bisschen kritisch, aber erst mal, wenn man überlegt, das ist ja Channing Tatums mit Regie-Debüt. Also, er hat ihn nicht komplett alleine gemacht, aber ... Also, ist schon ... Er hat das erste Mal Regie geführt, aber ihm hat jemand geholfen so. Und er hat diesen Film ja im Grunde gemacht wegen seiner verstorbenen Hündin. Mit der hat er ja einen Roadtrip gemacht, kurz bevor sie an Krebs gestorben ist. Und deshalb wollte er diesen Film unbedingt so in Anlehnung und so als Dankeschön an seine Hündin machen. Und das find ich erst mal total schön, weil das, find ich, merkt man dem Film auch an. Ich hab nur grade beim Trailer, den ich vorher nicht kannte, war ich grade sehr irritiert, weil der Trailer den Film doch ganz anders verkauft. Weil der tut halt wieder so, ein Mensch und ein Hund sind total gute Freunde und erleben jetzt ein Abenteuer, aber das ist der Film ja überhaupt nicht. Also, der ist, und das mag ich an dem sehr, der geht komplett weg von der Vermenschlichung. Ich hasse das gerade ... Also, bei Hundefilmen geht das noch. Ich find's ganz, ganz schlimm, tatsächlich in Pferdefilmen, so mit Pferd und Mädchen, wenn dann irgendwann suggeriert wird, das Pferd versteht das Mädchen. Und ist halt auch bei einigen Hundefilmen so. Und auch bei anderen Tierfilmen. Und das hasse ich, weil das romantisiert, was du halt grade schon gesagt hast. Und verklärt auch gewisse Dinge. Und dieser Hund ist halt die meiste Zeit über halt richtig gefährlich einfach. Und diese Freundschaft, oder ... Ich finde selbst, ich weiß nicht, so in den letzten fünf Minuten hat man das Gefühl, gut, okay, das endet nicht in einer Katastrophe, wenn der Abspann rollt, so. Und vorher ist das halt, die spiegeln sich halt in ihrem Post, in ihrer Post, in ihrem Trauma nach dem Krieg, das sie haben. Und das fand ich da schon aufgrund der Idee sehr rührend. Weil man muss in diesen Hund nicht so viel Emotionalität rein, sich irgendwie reindenken. Weil dadurch, dass die sich ja gegenseitig spiegeln, hab ich ja dieses, welche Emotionen damit in Verbindung gebracht werden, hab ich ja durch ihn. Und er ist ja ein Mensch. Und das fand ich eine sehr schöne Idee, zu sagen, wir erzählen eigentlich die Geschichte des Hundes über Mensch und Hund, weil beide genau die gleichen Probleme haben, sie sich nur anders damit umgehen. Und der Hund zerlegt, also Channing Tatum zerlegt jetzt nicht sein Auto, das macht der Hund. Aber Channing Tatum grübelt halt und hat halt immer noch Erinnerungen und so. Und ich muss sagen, wenn man so an den Film rangeht, ist es ein guter Film. Wenn man da jetzt mit Kindern reingeht, wenn man denkt, oh, schöner Roadtrip von Mensch und Hund, dann kommt man da verstört wieder raus. Kann man da mit Kindern reingehen? Ich glaube, der ... Boah, ich denk schon. Nee, eben nicht. Also ich finde nicht, man sollte ... Man sollte es nicht. Nein, aber ich mein ... Von der FSK meinst du? Ich hätte jetzt geschätzt, der hat eine 6. So ist der Trailer zumindest auch angelegt, finde ich. Also du vermarktest einen Film, der ab 12 ist, nicht mit so einem Trailer. Das stimmt. Weil welche Zielgruppe willst du dann erreichen? Hm. Ich bin jetzt auch sehr gespannt, was du sagst. Moment, Moment, Moment. Hä, haben sie ihn mir verschoben? Nee, doch. Doc, das Glück hat vier Pfoten. Aber das ist schon der Untertitel. Ja, ganz genau. Also die Glücksmomente in dem Film ... Aber die Glücksmomente in dem Film sind doch so rar gesät. Also die muss man sich ja wirklich suchen, die Momente der Harmonie. Ja, das stimmt schon. Vom Namen her dachte ich auch wieder so, das meinte ich halt, das ist halt nicht diese Romantisierung. Du hättest ihn genauso gut aufziehen können mit Ach, ist das nicht quirky, wie schlimm der Hund ist? Und der wird besser, der wird Best Buddies und der wird der beste Freund. Genauso gut hättest du es auch als wirkliches Drama-Piece aufziehen können, wo du nur bei Channing Tatum bist und der dann irgendwie da seine eigenen Dämonen ausmacht, während er mit diesem Hund kämpft. Aber ich finde, der hat so eine schöne Balance irgendwie bei beiden. Und beide Traumata werden irgendwie behandelt, aber es wird nicht zu kitschig. Oder Klischee. Deswegen, bin da. Also ich war zwischenzeitlich schon hier und da irritiert, weil ich war irritiert, dass da so Szenen drin sind, wie mit diesen beiden Tantra-Lehrerinnen, die halt schon sehr albern ist. Die dann aber halt wieder eine krasse Szene zur Folge hat und wo ich mich halt frage, wie kann das funktionieren? Das habe ich mich mehrfach gefragt. Auch wenn sie bei diesem Marihuana-Farmer bei Kevin Nash landen, da habe ich mir gesagt, wie kann das funktionieren? Aber erstaunlicherweise, irgendwie funktioniert es immer. Was ich dem Film tatsächlich einmal echt doch ankreiden möchte, und das finde ich ein bisschen schade, denn wir haben hier einen Hund, der wurde vom Militär ausgebildet und gedrillt. Der wurde dafür eingesetzt, dass er zum einen arabisch-stämmige oder aussehende Menschen angreift. Also der wurde konditioniert darauf, dass er Leute in irgendwelchen Roben und mit dunkler Hautfarbe irgendwie attackiert. Gleichzeitig wurde dieser Hund irgendwie bei Einsätzen, wo sie irgendwelche Häuser stürmen und Leute über den Haufen knallen, mitgenommen. Er kriegt ja eine Kamera irgendwie mit dran und zack, und der wird halt zu Einsätzen mitgenommen. Und ich bin jetzt nicht der größte Tiertrainer und Experte, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das eine ungeheure Stresssituation für den Hund ist, egal ob das dann natürlich... Das wird ja, also auch Polizeihundetraining, das wird ja hart kritisiert. Also das ist ja, also auch in Deutschland... Aber das wird vom Film nicht kritisiert. Ach, das mal... Das wird vom Film nicht einmal in Frage gestellt. Oh, nein, doch. Wobei, es gibt doch diese... Na, aber es gibt ja zum Beispiel diese Szene, in der sie sich das Material angucken, das der Hund rausbringt. Und ich finde, dass das jedes Mal so suggeriert, also das ist was Unangenehmes. Ich find schon. Also es wird sowohl mit dem Marihuana-Farmer wird es angesprochen... Aber da rafft Channing Tatum nicht. Channing Tatum rafft es nicht. Aber ich find halt, du hast halt nicht diese Klischee-Keule, dass er am Ende allem abschwört, aber alleine ist es schon der Weg von dem Typen, der kein Leben gesehen hat, außer ich will zum Militär, ist mir egal, wie ich drauf bin, ich muss dahin, ich muss wieder Ranger werden, über den Film zu, okay, ich sollte das besser hinter mir lassen und mich lieber zur Ruhe setzen und runterkommen mit einer Familie, was ist wirklich wichtig. Und das ist schon ein Kommentar daraus, was Militär macht. Und du hast immer wieder, genauso wie du die Verhörszene hast, wo er sagt so, ey, der Hund kann nichts dafür, der ist dazu trainiert worden, das ist nicht geil und ich übernehme die Verantwortung dafür, aber der Hund kann nichts dafür. Und genauso wird dann auch, wenn sie den Bruder von Lulu dann treffen, wo sie bei dem landen, der sagt auch so, ey, der ist dafür trainiert worden, aber für sie ist das nur ein Spiel. Der Hund kann da nichts für, dem ist das beigebracht worden, aber du musst dir wieder beibringen, dass das nur ein Spiel ist, dass es halt einfach Work ist und so weiter. Also es wird schon viel darüber eingegangen, wie viel Verantwortung hat der Hund oder ist das wirklich gut. Die Army kommt nicht mega gut weg, sie machen jetzt keine klare Verurteilung irgendwie am Ende, aber das Statement, dass der eine, der kein Leben ohne die Army kannte und nichts will, am Ende sagt, ich setze mich mit dem Hund zur Ruhe, Spoiler, sorry, aber finde ich schon, dass es schon mit durchkommt. Er macht jetzt keine klare Aussage, wie schlimm alles ist, Zumal Training tat ihm ja auch selbst, wenn Militär war. Also da ist ein Mark Wahlberg, der trägt das doch noch offensiver vor sich her. Ja, aber Mark Wahlberg sehe ich in dem Film nicht. Nein, natürlich nicht, aber ich wollte sagen, dass Schauspieler, die sich dann irgendwie selbst verwirklichen und für Rollen gecastet werden, dass das auch dann sowas sein kann, wie eben Mark Wahlberg, der sich über solche Rollen freut, die halt das Militär verteidigen und da dann auch richtig drin aufgeht. Und wenn Channing Tatum selbst beim Militär war, der hätte sich das auch anders da zurechtschreiben können und zurechtsszenieren können. Aber ich muss sagen, dafür fehlt der Figur von Channing Tatum, da fehlt mir leider ein bisschen Background. Dass sowohl der familiäre Background, an dem er zu knabbern hat, wie halt auch die Begeisterung für all das, beziehungsweise die völlige Ignoranz von all dem, was da halt schlecht oder schiefläuft. Und, und, ähm, also mir fehlt ein bisschen zur Figur von Channing Tatum was, mir fehlt ein bisschen was zum Thema überhaupt, dass das in Frage gestellt werden kann, was da mit den Tieren gemacht wird, ja. Das mag sein, das ist bei anderen, aber das ist halt auch genau das gleiche Problem, was American Sniper hatte. Das wird immer noch mal kurz angerissen und es hinterlässt die Figur trotzdem irgendwie in so, in einer völligen, weiß ich nicht, Neutralität. Und das fand ich ein bisschen schade, weil da hätte, das hätte Tatum oder das hätten die Autoren oder keine Ahnung wer, hätten das leicht entkräften können. Ja, ja, aber da bin ich, das meinte ich halt, du kannst das voll auf diesen Charakter ziehen, dieses ganze Schwere und die Traumata, die er durchgemacht hat, und wenn du die alle thematisierst, dann bist du bei einem Charakterpiece von Channing Tatums Rolle, hättest du machen können, weiß ich nicht, ob Channing Tatum das hinkriegt und sie haben es halt nicht gemacht, was ich aber auch nicht so schlimm finde, American Sniper geht ja viel mehr in die Klischee-Kiste und hat ja, also finde ich, wesentlich fieser. Ich weiß, ich weiß, aber du hast dann halt diese albernen Szenen dabei mit den Tantra-Lehrern, die Blinden-Nummer und was weiß ich. Und, was ich halt auch nie so ganz verstanden habe, es wirkt fast immer, als hätte der noch nie mit dem Hund irgendwie zu tun gehabt. Aber hat er das nicht zum damaligen Zeitpunkt? Seine Rolle hat das doch auch nicht. Das ist ja nicht sein Hund. Seine Rolle hat nicht viel mit dem zu tun. Na doch, remember the good old days. Ja, er ist in der Army gewesen, in der Einheit, aber das heißt ja nicht, dass er den Hund hat. Nee, aber nee, er sagt zu ihr, do you remember when we have fun together, bla bla bla. Also, er hat ja selbst auch Einsätze mit den Hunden gehabt. Das finde ich aber nicht. Ja, aber es ist ja nochmal ein Unterschied, ob ich jetzt mit Loki in einer Sendung sitze oder ob ich Loki abends mit nach Hause nehme. Ja, aber, also, ich fand seinen Charakter manchmal schon etwas zu tump im Sinne einer Komik, einer lustigen Situation oder eben ... Da stimme ich dir völlig zu, weil das läuft komplett der Botschaft und der ganzen Tonalität zuwider. Ja, stimmt. Aber zum Beispiel, ich fand eine sehr, sehr beklemmende Szene, als es kurz so aussieht, als würde Channing Tatum den Hund zurückgeben, weil er mit ihm nicht klarkommt. Und er hat vorher schon so einiges mit ihm durchgemacht. Die sind auch längst noch nicht auf irgendeinem Freundeslevel. Aber dann sieht er halt, wie der Typ vom Militär mit so einer Schlinge kommt und dem Hund die Schlinge um den Hals macht und wird schon so angedeutet, okay, gleich zieht die sich wieder zu. Und allein dieser Moment, wenn man realisiert und auch allein die Tatsache, wenn man merkt, was dieses Tier durch den Krieg halt mitgenommen hat, dass auch so ein Tier das nicht kalt lässt, das ist ja völlig durch den Wind. Ich finde, allein das sind schon genügend Anklänge von hinterfragt das mal. Und, ähm ... Ja, ich. Ich. Ich hätte mir gewünscht, dass die Figur das auch hinterfragt. Aber das tut sie doch. Finde ich nicht. Ich finde schon, dass sie das tut. Finde ich nicht. Also, ey, pass auf. Ich will ja auch gar nichts ... Genau das, was du da beschreibst und auch genau das ... Die letzten zehn Minuten, glaub ich, des Films waren meine Augen komplett voll. Ja, was soll ich denn sagen? Ja. Ich mein, ich bin ja den Weg mit denen mitgegangen. Er war nicht immer der Unterhalt ... Das war nicht immer das, das, ähm ... Ja, das Gegenteil von langweilig. Sagen wir's mal so. Ähm, oder nicht, nicht langweilig. Aber ich bin den Weg mitgegangen. Ich hab mir das alles angeguckt. Ich hatte hier Fragezeichen. Ich hatte da irgendwie vielleicht mal einen Kritikpunkt. Ich hab da aber auch mal gelacht oder fand's da irgendwie echt ganz, ganz süß. Aber am Ende des Weges steh ich da mit feuchten Augen. Und hasse mich selbst dafür. Ja. Weil, das ist schon manipulativ, was da gemacht wird. Ja, klar. Ich bin Hunde, ich bin mit Hunden aufgewachsen, ich bin Hundefreund. Was soll ich denn sagen? Bei Marley und ich ... Nee, wie hieß der? Doch, der mit ... Marley and Me, ja. Marley and Me, ne? Ja. Mit Owen Wilson. Ja. Ja. Heulich, Ross und Wasser. Ja, natürlich. Ja, aber es macht den Film ja auch nicht unbedingt ... Also, es macht den Film nicht gleich besser. Das ist ja ... Und trotzdem, also, ich will es dir nur einmal sagen, was mich da in diesem Film ... Das ist das so irritierende, dass da Szenen drin sind, die meiner Ansicht nach nicht wirklich funktionieren und trotzdem aufgehen. Und dass da halt Sachen, meiner Ansicht nach, zu klein gemacht werden und ich aber trotzdem am Ende irgendwie mit Tränen in den Augen sitze, weil mich halt das freut, was mit den beiden passiert oder was zwischen diesen beiden entsteht. Ja. Aber da sind so viele Leerstellen noch. Und da hätte Tatum vielleicht auf die ein oder andere skurrile Situation mal verzichten können und stattdessen ein bisschen mehr Futter für seinen Charakter irgendwie einbauen können. Hätt's machen können, wär's ein anderer Film gewesen. Dann hätt's ihn anders aufziehen müssen. Ich finde, er kriegt die Kurve halt und er kriegt es hin, diese Mischung aus ja, du hast deine lächerlichen Oddball-Komödien-Momente, aber das Thema wird auch über PTSD und so weiter wird halt auch nicht vernachlässigt. Ich finde, es kommt beides irgendwie durch und beides wird nicht übertrieben und beides wird nicht vernachlässigt. Also deswegen, ich fand eine ganz gute Mischung. Ey, wie schlimm kann ein Film sein, der mich zu weinen bringt? Das ist halt die Frage. Guck dir endlich mal Enzo an. Stimmt, den hab ich auch noch nicht gehört. Guck dir den wirklich an. Ja, aber da muss ich mich eulen. Aber da sind's nicht die letzten zehn Minuten, sondern da ist es nach den ersten zehn Minuten. Ja, ey, und dann wär ich über Hachiko. Nee, da hab ich keinen Bock drauf. Okay, aber trotzdem, ja, ich guck mir den auf jeden Fall an. Macht das. Ich guck mir den auf jeden Fall an. So, damit wären wir bei den Streaming-Tipps für heute. Darf ich ganz kurz noch was zu Stasi sagen? Ach ja, du hast noch Stasi-Projekt. Nicht, weil der mir großartig wichtig ist, aber weil ich so den Eindruck hab, ich wurde so viel von dem Trailer zugeballert, ich will jetzt auch ... Also jetzt kommt der Pay-Off. Es ist der neue Film von Leander Hausmann, der ja zum Beispiel auch Sonnenallee gemacht hat. Und Leander Hausmann ist ja nun wirklich kein Unbekannter. Er erzählt in Stasi-Komödie im Rahmen einer Familie, die zur Jetzt-Zeit die Stasi-Akte des Familienoberhauptes, gespielt von Henry Hübchen, zur Ansicht bekommt. Erzählt er quasi in Rückblenden, wie Henry Hübchens Figur in den Rückblenden, gespielt von David Cross, zur Stasi gekommen ist, zu einer ganz besonderen Einheit. Ich weiß auch jetzt nicht mehr, wie die heißt. Und es ist auch durch den Film nicht wirklich deutlich geworden, ob's die wirklich gab oder ob das jetzt Parodie sein soll. Und da haben wir auch schon direkt das Problem, ich finde, einen Film, der Stasi-Komödie heißt, das ist schon so, da prallen zwei Dinge aufeinander, die irgendwie, glaub ich, nicht so ganz zusammengehören. Ich selber bin mit der ganzen Thematik allenfalls von Schulwissen her vertraut. Ich saß aber neben jemandem, der da thematisch involvierter ist. Und wir saßen da beide vor und wussten nicht, sollen wir das jetzt lustig finden? Soll uns das Lachen im Halse stecken bleiben? Soll das über den vermeintlichen Witz uns die ganze Dramatik der Thematik vor Augen führen? Und deshalb setzt er sich halt komplett zwischen die Stühle und hinterlässt eher so ganz viele Fragezeichen. Aber ist das nicht die Reibung, die man gerade mit so einem Begriff Stasi-Komödie erreichen möchte? Und das wollte ich nämlich gerade sagen, weil ja Leander Hausmann dahinter steckt, der eigentlich nicht viel Blödsinn gemacht hat, wie ich finde. Kann ich mir vorstellen, dass der genau diese Reibung erzeugen will. Aber dann ist der Begriff Komödie halt irgendwie, der suggeriert was Falsches, finde ich. Weil Stasi-Komödie suggeriert mir so ein bisschen, ich sitze dann da, habe so typisch deutschen Schenkelklopfer-Humor eben im Rahmen so einer Stasi-Geschichte. Und ich weiß nicht, ob der Komödien-Part, ob der einfach nicht gelungen ist. Oder ob der nicht gelungen sein soll. Und deshalb gehe ich aus dem Film raus und denke mir zum einen, ich habe viel zu wenig Wissen über den Film, weil ich das nicht einordnen kann. Aber wie gesagt, wenn auch jemand, der von der Materie Ahnung hat, wenn der genauso ratlos daraus geht, dann muss da irgendwas ... Und hast du gelacht? Also musstest du irgendwann mal lachen? Zwei, drei Mal. Aber das waren vor allen Dingen die Szenen, die im Hier und Jetzt spielen. Und deshalb ... Lass mich raten, die Szenen, wo sie alle um das Protokoll drum sitzen und dann irgendwie solche Begriffe dann irgendwie auseinandernehmen? Nee, gar nicht mal so. Oder das ist die einzige Szene, die ich kenne? Es sind mehr so Sachen, die dann so zwischenmenschlich irgendwie sich abspielen. Aber wie gesagt, ich finde, der hat was hinterlassen, wo ich nicht weiß, was soll das jetzt? Und entweder ist der richtig gelungen und wir raffen das nur alle nicht. Oder da ist gar nichts gelungen. Und es ist Leander Hausmann wirklich mal so ein Griff ins Klo. Aber ich glaube, das ist mal wirklich so ein Film, wo man ganz klar sagen kann, da sollte sich wirklich jeder, den das interessiert, eine eigene Meinung bilden. Aber wenn ich mir so die Kommentare unter dem Trailer bei YouTube angeschaut hab, der wird in der Luft zerrissen. Und zwar gerade von Leuten, die sich mit der Thematik auskennen. Daher das aber wenigstens noch kurz dazu erwähnen. Weil da einige große Leute bei sind. Henry Hübchen, wie gesagt, David Cross, Tom Schilling. Tom Schilling, ne? Also, Detlef Bruck. Also wirklich ein paar Leute. Aber auch alle die üblichen Verdächtigen. Ja, klar. Aber ich wollte ihn halt nicht unerwähnt lassen. Ja. Wie gesagt, hat mich nullstens interessiert. Nee, kann ich auch voll verstehen. Ich kann mir nur wirklich vorstellen, dadurch, dass der auch so einen plakativen Titel hat, dass der vielleicht einigermaßen erfolgreich wird in Deutschland. Und dann, wenn das am Ende der erfolgreichste deutsche Film des Jahres ist, sollten wir ihn hier wenigstens einmal kurz besprochen haben. Moment, noch kommen, sind die Kängurukroniken zwei nicht erschienen. Ja, der Trailer lief vor, vor, vor Dings. Vor Doctor Strange. Keine Ahnung, mich, 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 also ich mach momentan auch einen Bogen um Nazis und Stasi. Und das ist mir, also wirklich, vor allem, wenn es aus Deutschland kommt. Ich kann es nicht mehr, ich kann es wirklich momentan nicht mehr sehen. Wir haben so viele andere Themen, über die man Filme drehen könnte oder Serien drehen könnte. Und das ist meiner Ansicht nach echt ausgereiztes Feld. Was war denn da das Letzte, bei dem man das Gefühl hatte, da wird mal was Neues erzählt? Jojo Rabbit. Überlege ich gerade, was sagst du? Jojo Rabbit. Aber das war ja nicht aus Deutschland. Ja, das war aus Deutschland, ja gut. Und es waren aber schon wieder Nazis. Ja, trotzdem hat der super funktioniert. Wollte ich gerade sagen. Ja, okay. Hier, da gibt es so eine Art Anne-Frank-Geschichte von dem Regisseur, der auch The Congress gemacht hat. Und Harry Furman. Wannsee-Konferenz, stimmt. Der war ganz, den fand ich. Ja, aber der war ja auch eigentlich. Ja gut, er hat nichts Neues erzählt. Harry Furman hat. Harry Furman, der hat einen Film, glaube ich, über Anne Frank gemacht, der auch wieder gezeichnet ist und der tatsächlich auch einen interessanten Ansatz hat. Also der war, der es anders angeht so. Aber das ist auch wieder so ein heikles Thema. So, komm, wir haben noch ein paar andere Filme im Programm. Ich würde mal einmal schnell die Mediathekentipps abfeuern, weil ich glaube, die können wir ganz schnell runterbeten, weil da müssen wir auch nicht viel zu erzählen. Parasite, haben wir schon oft hier durchgekaut, ist jetzt gerade bei Arte erhältlich. Asche ist reines Weiß. Antje, weiß ich noch, saß man zusammen in der Presseverführung, haben wir hier auch schon drüber gesprochen. Also Parasite, eine arme Familie, zeckt sich bei einer reichen Familie ein und bringt die halt komplett durcheinander. Asche ist reines Weiß. Die Frau oder Freundin eines Gangsters geht für diesen eben Gangster in den Knast und als sie wieder rauskommt, verleugnet er sich und sie begibt sich auf die Suche nach ihm. Zwei Filme meiner Ansicht nach, sollte man auf jeden Fall mal gesehen haben. Miss Asche ist reines Weiß nicht der Film, wo sie bei diesem großen Stausee da auch drehen. Genau. Und das hat sich eingebrannt bei mir. Ich fand den nicht so gut wie du. Aber diese Szenen haben sich eingebrannt, weil du auch meintest, dass die da eigentlich nie drehen dürfen und extra für den Film da Drehgenehmigungen bekommen haben und so. Und ich find den Film halt so klasse, weil der halt einen meiner absoluten Lieblingsfilme sowohl verehrt, aber halt auch dekonstruiert. Und das musst du erst mal schaffen, ohne den anderen Film irgendwie richtig scheiße zu machen. Also das find ich echt klasse. Also es ist halt wirklich eine Neuvariation von The Killer, aber halt im modernen China angesiedelt mit Bildern, die du aus China fast noch nie gesehen hast. Cool. Ja, dann kann ich aber auch empfehlen, einen Film, der ist auch traurig eigentlich, aber schafft es, diese Traurigkeit doch sehr lebensbejahend irgendwie rüberzubringen. Der heißt Mustang. Habt ihr von dem schon mal gehört? Ja, gehört. Ich find das cool, dass ich den jetzt endlich mal sehen kann. Irgendwie ist der damals mir durchgerutscht. Ist grade in der Arte-Midiathek erhältlich, geht um fünf oder sechs, glaub ich, türkische Geschwister. Die Eltern leben nicht mehr, sie leben bei Onkel und Tante. Und weil sie eines Tages mal einfach baden gegangen sind, was man hier auf dem Cover sieht, das ist direkt am Anfang des Films, werden sie plötzlich zu den unsittlichen und schlimmsten Menschen des Dorfes irgendwie abgestempelt. Und Onkel und Tante haben jetzt halt einfach nichts anderes im Sinn, als die an irgendwelche Leute zwangs zu verheiraten. Und das erinnert vor allem an Virgin Suicides so ein bisschen. Ja, aber er findet dann irgendwie auch seine komplett eigene Sprache, weil die Mädchen halt immer schon auf ihre Art und Weise versuchen, aus diesem ganzen Konstrukt da auszubrechen. Ja, also ist kein leichter Film, aber und ist auch echt ein bitterer Film, aber wie die Regisseurin das schafft, da die ganzen Themen unterzubringen und dann, dass man trotzdem nicht das Gefühl hat, man sieht sich nur Elend an. Das ist echt sehr schön gemacht. Also kann ich empfehlen. Ja, und dann haben wir da die Bettwurst. Gut. Rosa von Braunheim hat hier einen Film inszeniert fürs ZDF übrigens, für 50.000 D-Mark. Ähm, ja, wo es um einen Mann geht, also eine Frau geht, die nimmt einen Mann mit nach Hause, zeigt ihm alles, was so in ihrer Wohnung existiert und sie heiraten und am Ende muss er sie aus den Klauen von, glaub ich, seinen ehemaligen Kumpels allesamt Verbrecher befreien. Also, es ist eine Geduldsprobe. Es ist wirklich eine Geduldsprobe. Und es ist auch kein leicht anzuschauender Film, weil es geht da wirklich um Banalitäten, also das Schmücken des Tannenbaums und irgendwie, weiß ich nicht, äh, ja, Vorzüge von gewissen Möbeln und Klamotten und so weiter. Ich sag aber so, kann man schon mal gesehen haben, wenn man irgendwie so ein bisschen was Skurriles das mal erleben möchte, hat eine riesengroße Kultgemeinde, oder eine Fangemeinde um sich geschart. Und die ist aber halt speziell. Aber gab damals dann Rosa von Braunheim die Möglichkeit, dann halt weiter im Bereich Queer, sag ich mal, Filme zu drehen und da eben das Thema auch in Deutschland mal irgendwo zu präsentieren und voranzutreiben so. Also, dementsprechend ist ein interessantes Zeitdokument. Kann man parodistisch sehen, kann man irgendwie als Rundumschlag gegen das Biedermeiertum betrachten, ist aber auch vielleicht für die einen oder anderen einfach nur ein dreckslangweiliger Trashfilm. Also, ey. Mit Vorsicht zu genießen. Mit Vorsicht zu genießen, aber kann man genießen. Oder könnte man mal genießen, wenn man sich mit dem Medium Film gerne mal auseinandersetzt. Allein das Plakat, das einfach nur eine Szene des Films offenbar abbildet. Ja. Oder? Ja, ja, ja. Aber allein der Name auch schon. Ja. Also, es ist alles daran. Hat die denn wenigstens einen symbolischen Wert, die Bettwurst? Symbolisiert dir irgendwie die innere Zerrissenheit der Hauptfigur oder so? Äh. Banalität des Lebens. Ich bin der Falsche, an dem es liegt, darüber ein Urteil zu fällen, beziehungsweise diese Definition zu treffen. Deutsche LK. Guck's dir an. Es geht auch nicht so lang. Es geht auch nicht so lang. So. Und dann haben wir noch ein paar Stream mit Tipps. Äh. Allen voran. Wir machen das Teufel. Auf Netflix kommt jetzt Jackass 4.5. Das ist Jackass Forever, aber halt eben mit neuen Szenen. Diese ganzen Outtakes und so weiter. Das, was sie halt schon über Jahre hinweg mit den alten Jackass-Filmen gemacht haben. Es gab ja von jedem Film einen 1.5, 2.5, 3.5 oder einen Punkt 5 halt. Und das ist jetzt Punkt, äh, 4.5. Und der erscheint jetzt ab Freitag auf Netflix. Einen Tag vorher, nee, Samstag. Einen Tag vorher, äh, erscheint auf Amazon im Auftrag des Teufels. Keanu Reeves lässt sich als aufstrebender Anwalt von einer schicken, fancy, erfolgreichen Kanzlei anwerben. Und ja, wird dort Schüler des, äh, CEOs, das, 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 was, nee, nicht CEO, was ist das? Er ist der Namens-, nee, wie sagt man bei Partner? Partner, ne? Wird da halt eben der Schützling des großen Partners gespielt von Al Pacino und muss bald feststellen, oh, oh, hier ist nicht nur meine Ehe in Gefahr, sondern eigentlich auch das gesamte Schicksal der Menschheit. Ähm, ja. Wo zieht du denn nicht hin? Ich mag den. Ich mag den auch. Es ist wirklich so ein, ich hab momentan bei Twitter so eine Reihe, in der ich meine liebsten 90er-Filme ranke. Und der kommt noch, ich freu mich. Auch Charlize Theron, ihre Rolle ist jetzt nicht allzu umfangreich, sag ich jetzt mal. Aber was sie draus macht, ist wirklich tragisch. Hat mich damals fertig gemacht, die eine Szene mit ihr. Guck ich mir wieder gerne an. Und Al Pacino, ja, was soll man sagen, ne? Ja, Al Pacino, junger Keanu Reeves, kann man auf jeden Fall machen. Eitelkeis. Meine liebste Sünde. Ja. Dann auch ein Treffen der Topstars in Das Urteil. Jeder ist es käuflich. Eine, ich glaub, auch John Grisham-Verfilmung. Ähm, über, ja, ein Gerichtsprozess. Eine Frau verklagt einen Waffenkonzern, nachdem ihr Mann bei einem Amoklauf in einem Büro, glaub ich, umgebracht worden ist. Und sie möchte jetzt halt die Waffenlobby quasi verklagen, auf Schadensersatz verklagen, um halt zu sagen, so geht's nicht, Freunde. Ihr könnt nicht einfach an jeden Hans und Franz irgendwie solche Automatikwaffen und so was rausgeben. Und, ja, es gibt einen, und damit dieser Fall je nach, also zu gewissen Gunsten ausgeht, engagiert die Waffenlobby einen Mann, gespielt von Gene Hackman, der halt Einfluss nehmen soll darauf, welche Jury für diesen Fall zusammengesetzt wird. Und gleichzeitig haben wir hier halt den Anwalt, gespielt von Dustin Hoffman, der die Frau vertritt, also die Witwe vertritt, der halt jetzt versucht eben dagegen zu wirken. und es gibt noch, ja, in Form von John Cusack, der in der Jury sitzt, und Rachel Weisz, eine Frau, wo man nicht so ganz weiß, welche Ziele sie verfolgt, gibt's halt noch weitere Parteien, die alle auf das einen wirken. Und ja, ich find den Film gut. Ich mag den. Warum kenn ich den nicht? Das klingt voll nach meinem Cup of Tea. Ich hab mir auch den Trailer jetzt noch mal angeguckt und ich dachte dann so, Moment, das ist ein Grisham-Film und die anderen magst du alle und so ein Star-Aufgebot. Warum zum Teufel hab ich den nicht gesehen? Und das ist, ja, und jetzt, wo du gerade erzählt hast, noch mal mit dieser Waffenlobby, weiß ich, dass ich damals auch drüber gelesen hab, dass er auf einem wahren Fall beruht, aber da war's, glaub ich, die Zigarettenindustrie, da wurde die Tabakindustrie verklagt, weil der Mann am Rauchen gestorben ist. Das haben sie dann irgendwie in die Waffenlobby, ähm, gehoben. Aber jetzt, wenn der da ist, ich werd den auf jeden Fall angucken. Das klingt wie die ernste Variante von Thank you for smoking dann so ein bisschen, ne? Ja, es ist auf jeden Fall ernst, es ist nicht satirisch. Zumindest was die Lobbyarbeit und so angeht. Ja, aber da geht's nicht so sehr um Lobbyarbeit. Also, wie gesagt, das konzentriert sich eigentlich auf diesen einen Fall. Aber es ist schon interessant, weil dieser, ich glaub, Finch heißt der, den Gene Hackman spielt, der solche Figuren und solche Menschen scheint's wirklich zu geben. Ja, und das ist wirklich erschreckend, welchen Machenschaften die da halt versuchen, Einfluss auf diesen Prozess zu nehmen. Und, ich glaube, nette Randnotiz, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, es ist tatsächlich der erste Film, in dem Gene Hackman und Dustin Hoffman zusammen agieren und spielen. Ja, obwohl sie schon langjährige Freunde und Kollegen sind, hatten sie's bis zu diesem Film wohl nie geschafft, gemeinsam vor der Kamera. Also in eine für auch, ich weiß nicht, ob sie schon mal in Filmen zusammen waren, wo sie beide mitgespielt haben, aber keine gemeinsame Szene hatten. Aber ich hab, so wie ich's in Erinnerung habe, ist das der erste gemeinsame Film von den beiden langjährigen Freunden, Dustin Hoffman und Gene Hackman. Und beide großartig. Beide echt cool. So, dann kommt noch ein Film. Ja, den hab ich jetzt mal mit reingenommen, weil ich die beiden Darsteller eigentlich ganz gerne mag. Ähm, Samara Reaving, neue Genre-Queen, hat schon bei sehr vielen schönen Genrefilmen mitgemacht. Ready or Not oder ganz akimbo und so weiter und so fort. Und Eugenio Derbes. Den mag ich auch. Ja. Der ist cool. Den hab ich jetzt halt durch Coda kennengelernt, wo er mir halt dann doch irgendwie im Gedächtnis geblieben ist. So, obwohl die Figur halt schon merkwürdig war. Aber ich fand, wie Derbes das gemacht hat, fand ich ganz gut. Derbes spielt halt so einen Einparker. Und der hat halt das Pech, der ist auf dem Bild drauf, auf dem die Figur von Samara Reaving, ein Promi-Sternchen oder Filmstar, plötzlich ihre Affäre küsst. Und um das zu vertuschen, dass sie mit dem eigentlichen Typ zusammen, oder mit dem anderen Typ zusammen ist, geben sie ihn plötzlich, den Einparker, geben sie halt ihren neuen Freund aus. Und daraus entsteht halt irgendwie Kuddelmutter. Keine Ahnung. Ist ein Remake von der französischen Komödie. Ich weiß nicht, ob ich mir diesen Film angeguckt hätte, wenn da andere Leute drin wären, aber ich werd mal einen Blick riskieren. Lein, schon der Untertitel wieder, Scheinpaar zusammen. Ja. Da zieht sich bei mir alles zusammen. Das ist wie das Eheaus bei der Bild. Scheinpaar zusammen. Ja, also die müssen jetzt halt vorgehen, ein Paar zu sein. Und werden daraufhin wahrscheinlich eine tiefgreifende Erfahrung machen. Ihr ganzes Leben überdenken lässt. Und nette Kerle kann es geben. Aber wie komm ich nur aus der High Society? Die werden sich danach wahrscheinlich hassen, wie man's von solchen Filmen kennt. Wir denken da an Happy End. Ja, nee, nee, würde ich auch nicht sagen. Würde ich auch nicht sagen. So, und dann kommt der Film, bei dem ich am wenigsten erwartet habe und der mich tatsächlich am meisten überrascht hat diese Woche. Chip und Chap. Ey. Rescue Rangers. Ja, oder Chip und Dale, wie es im Original heißt. Ja, worum geht's? Wir erfahren, warum die Serie Chip und Chap, beziehungsweise Rescue Rangers, wie es im Original heißt, aufgelöst worden ist. Die beiden Erdhörnchen oder Eichhörnchen, nee, was sind sie? Streifenhörnchen. 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 Haben sich irgendwann mal aus Streit getrennt. Wobei? Meinst du, das kann man verraten? Nein, es wird offengelassen, ob die Serie deswegen abgesetzt wurde. Er sagt schon so, wurden wir deswegen abgesetzt? Man weiß es nicht, aber geholfen hat's bestimmt nicht und dann war da irgendwie schnell alles vor. Genau, auf jeden Fall, irgendwann kommt's zum Bruch zwischen Chip und Chap oder Chip und Dale. Denn der eine hat für eine Agentenserie unterschrieben und der andere möchte eigentlich, dass er dabei bleibt. Naja, die Sendung geht zu Ende und wir befinden uns jetzt Jahre später. Chip, darf ich jetzt nicht durcheinander kriegen, und Chip ist jetzt Mitarbeiter einer Versicherung. Genau, dreht Leuten irgendwelche Versicherungen an. Und Chap oder Dale, ja, rennt halt noch den alten Star-Rum-Zeiten hinterher, geht von Convention zu Convention und hockt da halt mit anderen irgendwelchen längst vergessenen Figuren. Ja, und die beiden werden jetzt zusammengerufen von eben Samson oder Monty. Ich weiß nicht genau, in welcher Sprache er welchen Namen trägt. Samson. Samson heißt er bei uns, ne? Ja, genau. Und Monty heißt er im Original. Genau, Samson ruft die beiden zu sich und, äh, ja, ist wie der Käse rückfällig geworden und ist total im tiefen Tal und meint aber, hier gibt's noch viel andere, ärgere Probleme. Und die beiden wollen nicht so ganz drauf eingehen, aber plötzlich ist halt Samson verschwunden, beziehungsweise wurde entführt. Und deswegen müssen sie sich jetzt zusammenraufen und ihn, ja, und ihren Freund wiederfinden, was sie halt auf einen Streifzug durch ein Hollywood führt, in dem Animationsfiguren, Puppen, Knetmännchen und so weiter und richtige Menschen Hand in Hand, Seite an Seite, im Einklang leben. Ja, und das klingt eigentlich nach einer kompletten Katastrophe oder zumindest nach irgendwas, was halt voll in die Binsen gehen kann, wie zum Beispiel Tom und Jerry. Ja. Ja, oder halt Space Jam 2. Aber erstaunlicherweise geht's auf. Ich hab, ich hab den ersten Trailer gesehen und dachte so, oh, das sieht sehr gut aus. Ich hab da Hoffnung drauf und ich hatte gehofft, er wird, kann Roger Rabbit wieder aufleben lassen und er hat's fast hingekriegt. Ich finde, Roger Rabbit hat schon noch ne qualitativere ... Er ist schon ne Stufe höher. Ist schon ne Stufe höher. Aber er funktioniert echt sehr gut. Ich habe herzlich gelacht und da sind so viele Sachen drin. Ey, wirklich? Du hast nicht ... Nein, das freut mich so sehr, dass ihr das gerade sagt, weil das sieht ja, das sieht ja toll aus. Ja, also ... Also als ich das Einzige, was ich wusste bisher und das hat ... Dieses Wissen hat mir den Film auf den Radar gebracht, ist nämlich, dass der Darsteller von Arbit aus Community, dass der da eine sehr zentrale, wichtige Synchronrolle spielt. Ich glaube, er ist entweder Chip oder Dale, eins von beiden. Nee, nee, kann nicht sein, weil Andy Samberg, Andy Samberg ist Dale. Okay. Und Chip ist John Maloney, 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 Lainey. Also wenn er nicht selber mitspielt, ihr habt ihn ja gesehen, dann hat er eine sehr wichtige Sprechrolle. Das kann gut sein. Und das passt ja wie die Faust aufs Auge aufs Auge. Bist du sicher? Weil ich hab extra noch mal ... Daniel Puhli heißt er, ne? Genau, Daniel Puhli. Ja, schau mal bitte nach. Und ich hab den kompletten Abspann durchgeguckt, der wäre mir jetzt nicht ins Auge gesprungen. Weil ich meine, der hat ... Oder ... Ach nein, ich glaube, ich verwechsel das mit dieser ... Nee, mit irgendeiner anderen Serie. Tick, trick, trick ... Duckticks. Da spielt er mit. Da spielt er mit. Da ist einer der ... Dann ist der Film ja super uninteressant für mich. Was labere ich an? Nein, um Gottes Willen, das klingt ja voll nach meinem Humor. Es ist ... Also wirklich, er schafft es bei Zeiten, einen schönen Meta-Humor zu kreieren. Und ... Er kriegt es irgendwie hin, gleichzeitig die Fans zum einen irgendwie ein bisschen zu bespaßen, beziehungsweise die Nostalgie zu befüttern, aber gleichzeitig halt auch aufzuzeigen, dass man nicht jeden Rotz irgendwie ... Beziehungsweise, dass es halt schon ein bedenklicher Trend ist, jeden Rotz ... Was heißt Rotz? Aber wirklich jede heiß geliebte Kinderserie irgendwie oder Franchise oder sonst irgendwas. Also dieser Film ist sowohl Zustandsbeschreibung als auch Bankrotterklärung für Hollywood gerade so. Ja, weil er macht halt genau das. Exzessiv knallt er alles rein, was an Fanliebe oder was jemals Fanliebe generiert hat. Ja. Und dekonstruiert das auch so ein bisschen. Aber ja, natürlich parallel dazu spielt es halt komplett aus. Die Geschichte ist Quatsch. Also die Geschichte ist nichts Innovatives oder sonst irgendwas. Das hast du alle schon 10.000 Mal gesehen. Aber die Details, die machen's halt. Also allein die Idee, dass der eine 3D animiert ist und der andere eine Zeichentrickfue, allein das ist ja schon ... Ja, das ist die Schönheits-OP der Zeichentrickfue. Wie self-aware die sind. Das ist halt, wie die das alles drin haben, wo halt Dale sagt so, ja, es ist kein Geheimnis, dass ich die CGI-Operation hatte, weil ich meine Karriere ja am Laufen haben will. Das wird dir vielleicht auch gut tun und so. Also das ist wie, was die da auch für aktuelle Themen drin haben. Und ich will's jetzt hier nicht spoilern, aber ey, das ist ... Es ist eine Menge. Also achte vor allem, wirklich achte auf die Hintergründe. Und dieser Film macht mich tatsächlich ein bisschen zuversichtlich für Liga der außergewöhnlichen Gentleman. Denn sie schaffen's hier tatsächlich, Marken zu vereinen, ja. Das hat man ja grad ... Also es war wahrscheinlich nur ein ... Ja, ja, ja. Da war nur ein Bruchteil. Also wie gesagt, da sind eigentlich nicht Marken ... Also da sind eigentlich Marken drin, die gar nicht zu Disney gehören. Ja, und die ich auch niemals bei Disney erwartet hätte. Never. Aber sind das dann Marken von Fox? Oder, keine Ahnung, von Hulu? Oder wirklich aus komplett ... Ganz anders. Ganz anders. Wirklich. Ich sage dir, da sind Marken drin, die ich nicht da erwartet hätte. Wirklich. Von Fox und von Hulu, da wundere ich mich nicht drüber. Bei Free Guy ist alles verständlich, was sie da an Fanservice reinballern soll. Und auch grade ja bei Space Jam. Ja, genau. Und bei Space Jam auch. Aber wie gesagt, das ist einer, der schafft, wie Roger Rabbit damals alles Mögliche zu vereinen. So, wo du dich fragst, Alter, wie haben sie das hingekriegt? Das haben sie ... Den durften sie ... Ach, das ... Das durften sie machen. Okay, okay, okay. Aber dann auch nicht nur einfach nur als Name-dropping oder so, sondern teilweise ja auch noch wirklich ... Äh, hat absolut ... Ey, ja. Erinnere dich an den Trailer eines Films, der plötzlich noch mal neu gemacht wurde aufgrund dieses Trailers. Und du bist nah dran. Ja, also ... Sachen, die ich nicht erwartet habe. Die ich wirklich nicht erwartet habe. Und hier und da echt ein paar charmante Gags. Auf jeden Fall. Ich würde ihn auch auf jeden Fall empfehlen. Allen möglichen Leuten, grade die Leute, die Sammelz, die Serie geguckt haben, sind jetzt perfekt in dem Alter, um diesen Film zu genießen. Der einzigen Kritikpunkt, den ich habe, der für mich auch so ein bisschen sehr schade ist irgendwie, ich find, dass die Animationen und das Gezeichnete nicht so hundertprozentig funktioniert. Du hast ja halt keine gezeichneten Charaktere, sie sind ja im Computer animiert, als wären sie gezeichnet. Und dadurch hast du, also ich weiß nicht, das fühlt sich so ein bisschen unsauber an. So Chips, Animationen sind so, na, so manchmal so denkst du, das hab ich schon schöner gesehen. Und auch das CGI ist halt so ein billiges CGI, was natürlich auch zur Rolle passen soll. Aber das ist so ein bisschen, wo du sagst, ey, schade. Wenn sie das noch geil hingekriegt hätten, wär's richtig gut gewesen. Ich sag mal so, da ist Pokémon zum Beispiel, fand ich da die CGI, fand ich da deutlich besser. Ja, korrekt, ja. Und, ähm, ja, das Design von Chip, die Zeichentricken, die 2D-Sachen, die sind manchmal ein bisschen, ja. Das sind Abzüge der B-Note, aber, ne, grundsätzlich. Und vielleicht, liebe, ja, liebe Chip und Chap-Fans, der Film konzentriert sich sehr auf Chip und Chap. Ja, also falls ihr ein paar andere Rescue Rangers lieber gesehen hättet, oder ein bisschen mehr als ein paar Rescue Rangers gesehen hättet, könnte es sein, dass ihr den einen oder anderen Kritikpunkt habt. Teilweise sieht man zu viel. Ja, also, es gibt halt schon, ja, also die Konzentration ist deutlich bei Chip und Chap. Ja. Ja. So, und das war's, oder? Jetzt bleibt mir nur noch eine Sache zu sagen. Wir sollten dich an was erinnern. Genau, richtig. Danke. Nächste Woche, nicht wundern, hier bleibt alles irgendwie so fast so stehen, es sieht fast genauso aus, denn die Folge für nächste Woche haben wir schon voraufgezeichnet. Ich habe einen Talk mit Steven zu Top Gun 2 gemacht und ich habe mit dem Regisseur, Drehbuchautor und Produzent sowie dem Hauptdarsteller von Heikos Welt ein Interview geführt. Das werden wir beides zusammenfügen und es wird nächste Woche als einzelne oder beziehungsweise als Sendung präsentiert, denn Alvin und ich sind nächste Woche nicht da. Wir fliegen nächsten Mittwoch nach Amerika und dementsprechend sind wir nicht in der Lage, eine neue Folge aufzuzeichnen. Also nicht wundern, falls hier irgendwie das dieser, dass die Einrichtung irgendwie doch sehr ähnlich aussieht oder warum ich plötzlich, ja, von einem auf den anderen Moment ein neues Hemd anhabe oder so. Also das wurde an verschiedenen Tagen aufgezeichnet, wir konnten es nicht besser hinkriegen, aber wir haben uns gedacht, bevor wir euch keine Folge geben, geben wir euch zumindest das. Und so viel sei gesagt, Top Gun 2, ja. Ich bin sehr gespannt. Seid gespannt drauf, genau. So, vielen, vielen Dank, Matthias. Vielen, vielen Dank, Antje. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Euch da draußen ebenfalls viel Spaß mit dem einen oder anderen hier vorgestellten Film oder halt bei irgendwelchen Filmen, die ihr noch im Kino nachholen wollt. Und ansonsten macht's gut. Wir sehen uns spätestens live oder beziehungsweise in neuer Form Anfang Juni wieder. Tschüss. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to slash kino plus.